Psst! Ey, du! Ja, du! Ja, dich meine ich! Komm mal näher! Näher, ja! Die folgende Geschichte stammt aus der Feder von Ellie K. Rode. Und Ellie schreibt nicht nur Geschichten für meinen Kanal. Nein, Ellie schreibt auch, ja, Bücher. Oder? Und falls du dich für gute, gruselige Bücher interessierst. Oben rechts am Bildschirm ploppt jetzt ein kleines I auf. Da kannst du mal draufklicken. Und hier findest du einen Link zu Ellies Buch Albtraumfänger. Die Finsterberg-Chroniken. Albtraumfänger ist ein Kurzgeschichten-Sammelband über die fiktive Kleinstadt Finsterberg. Vordergründig ein idyllisches Fleckchen. Doch wer es wagt, hinter die Fassade dieser Idylle zu blicken, wird erkennen, dass Finsterberg ein düsterer, seltsamer und widernatürlicher Ort ist. Wenn dich das neugierig gemacht hat, klick auf den Link oben rechts und hab viel Spaß mit einem tollen Buch von einer tollen Autorin. Ich war nachts allein auf einem unheimlichen Weihnachtsmarkt. Von Ellie K. Road. Part 0 Winterzeit ist Märchenzeit. An einem Ort, wo die Realität entweicht, gibt es einen Weihnachtsmarkt voller Heimlichkeit. Selbst die Zeit hier ist erstarr zu Eis. Finden kann uns nur, wer bezahlt den Preis. Doch gib Acht. Denn einmal betreten bist du gefangen in deiner eigenen Albtraumnacht. Die Zuckerpüppchen stehen hier still und stumm, um den alten Tannenbaum versammelt herum. Nur eine steht ganz einsam da, bei der großen Uhr so wunderbar. Sei achtsam und lausche still. Dann kann sie hören, wer will. Tack. Tick. Tack. Tick. Tack. Tick. Tack. Part 1 Die Begegnung Ein eisiger Wind schlägt mir entgegen, als ich den kleinen, heruntergekommenen 24-Stunden-Mark verlasse und auf die Straße trete. Dicke Schneeflocken fallen sachte wie Federn vom sternenlosen Nachthimmel. Fröstelnd schlage ich den Kragen meiner Jacke nach oben und trete mit angezogenen Schultern den Heimweg an. Es ist der 24. Dezember. Heiligabend. Die Straßen sind wie leergefegt. Nur vereinzelt fahren Autos an mir vorbei, schleudern mit ihren Reifen eine Mischung aus Dreck und Schnee auf den verheißen Gehweg. Mein Weg führt mich vorbei an mager dekorierten Schaufenstern und stillgelegten Bars. Es ist keine gute Gegend, in der ich lebe. Der Verfall hat sich bereits tief in die umliegenden Gebäude gefressen. Während das pulsierende Herz dieser Stadt an Weihnachten im warmen Lichterglanz erstrahlt, versinken wir hier in der Dunkelheit. Beiseite geschoben und vergessen. Keine funkelnden Lichter an den Straßen, die für eine festliche Beleuchtung sorgen würden. Keine üppige Tanne vor dem Rathaus. Selbst die Fenster der Wohnhäuser sind kaum dekoriert. Aber ist wohl auch besser so, denn vom Anblick mancher dieser grässlichen, blinkenden Lichterketten bekomme ich fast einen epileptischen Anfall. Missmutig führe ich meinen Heimweg fort. Versinke mit dem Gesicht immer tiefer in der kratzigen Wolle meines dicken Schals. Bei jedem Schritt begleitet mich das Klirren der Bierflaschen, die in meiner Plastiktüte aneinanderschlagen. Gott, wie ich diese Feiertage hasse. Alle sitzen sie in ihren wohlig warmen Wohnungen und lassen sich einen fetten Braten schmecken, nur um danach zusammen unter dem Weihnachtsbaum zu glucken und ihre überteuerten Geschenke auszupacken. Kommerz und Völlerei. Nichts anderes. 364 Tage im Jahr keifen sich die Menschen an, verletzen sich gegenseitig. Ob mit Worten oder Taten. Aber an diesem einen Tag, ja, da setzen sie ihre perfekten Masken auf und machen ein auf heile Welt. Zum Kotzen. Ich war nicht immer so. Als Kind gab es für mich kein schöneres Fest als Weihnachten. Eine Zeit voller Heimeligkeiten und Überraschungen. Ich erinnere mich noch gut an die Schlittenfahrten im frischgefallenen Schnee mit meinen Freunden. Oder das Plätzchenbacken mit meiner Mutter. Wenn das ganze Haus nach Zimt und Vanilleroch. Plattgedrückt habe ich mir meine kalte Nase an hübschen Schaufenstern der Spielzeugläden, in der Hoffnung, das ein oder andere Stück am Weihnachten als Geschenk unter dem Baum zu finden. Mein Vater und ich haben jedes Jahr eigens die Tanne geschlagen. Zumindest so lange bis Mama starb. Dann fing er an, uns zu schlagen. Kopfschön versuche ich, die alten Erinnerungen aus meinem Kopf zu verbannen. Doch sie wollen nicht weichen. Stattdessen versumpfe ich immer tiefer im Strudel der Vergangenheit. In meinen Gedanken höre ich die lauten Geräusche. Holzlöffel, die auf Töpfe und Pfannen geschlagen werden. Die Weihnachtsjagd. Oh, wie habe ich diesen Dämchenbrauch geliebt. Wie ein Verrückter habe ich auf den Kupferkessel geschlagen, um auch wirklich jeden bösen Geist zu vertreiben, der unser Weihnachtsfest und das Glück im neuen Jahr gefährden könnte. Jauchzend und gluckzend, weil ich damals noch nicht wusste, dass es keine bösen Geister braucht, um einem das Leben schwer zu machen. Erschrocken zucke ich zusammen, als ein seltsames Geräusch direkt neben mir ertönt. Irritiert bleibe ich stehen und blicke in die dunkle Seitengasse zu meiner Linken. Ein unförmiges Etwas windet sich auf dem verdreckten Boden. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass das ein Mensch ist, der sich unter einem Haufen schimmliger Decken hervorschält. Eine Spende. Vor lauter Nuscheln kann ich die zahnlose Alte kaum verstehen, die sich langsam auf mich zubewegt. Ihr Rücken ist zu einem schmerzhaft aussehenden Buckel verkrümmt und zerschlissene Kleidung hängt wie ein übergroßer Sack an ihrem abgemagerten Körper. Die Frau ist nur nach Haut und Knochen. Ich habe nichts, brumme ich und wende mich von ihr ab, um meinen Weg fortzusetzen. Mit überraschend festem Griff legen sich ihre knochigen Finger um meinen Arm, als sie mich zurückhält. Bitte etwas zu essen oder trinken. Der Anblick ihres Gesichts lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Ihr rechtes Auge ist trüb und wässrig, während das andere mir direkt in die Seele zu blicken scheint. In fettigen Strähnen fällt ihr das graue Haar wie ein dünner Vorhang über die Schultern. Die Falten in ihrem Gesicht ziehen sich wie tiefe Furchen durch die aschfahle, ledrige Haut. Als ich ihren fauligen Atem rieche, wird mir schlecht. Ich habe doch gesagt, dass ich nichts habe. Lass mich los! Mit etwas zu viel Schwung stoße ich die Frau von mir weg, sodass sie nach hinten taumelt und das Gleichgewicht verliert. Mit einem dumpfen Geräusch landet sie in einem kleinen Schneehaufen, der von den Abgasen der Straße schon ganz schwarz verfärbt ist. Scheiße, das wollte ich nicht. Warte, ich helfe dir. Peinlich berührt strecke ich meine Hand aus, die sie sofort ergreift. Doch anstatt sich aus dem Dreck helfen zu lassen, zieht sie mich mit überraschender Stärke direkt zu sich heran. Geräuschvoll zieht sie Rotz und Speichel hoch, bevor sie ihre Ladung direkt in mein Gesicht spuckt. Angeekelt ziehe ich meine Hand zurück und weiche nach hinten. Mit dem Ärmel meiner Jacke versuche ich, die schleimige Flüssigkeit von meiner Wange zu wischen. Du hast sie. Du hast sie ja wohl nicht mehr, alle scheiße verrücktes Miststück, zische ich. Mit wutverzerrtem Gesicht wende ich ihr den Rücken zu. Sie schreit mir etwas hinterher. Ich beschleunige mein Tempo. Ihr Gekeife wird immer leiser, je weiter ich mich von ihr entferne. Doch ihre giftigen Worte heilen noch lange in mir nach. Selbst als ich die Eingangstür zu meinem Wohnhaus erreiche, kann ich das unheilvolle Flüstern noch in meinen Ohren hören. Die Schatten werden dich verzehren. Möge die Finsternis deiner Vergangenheit dich ertrücken und die Qual endlos sein. Part 2 Home sweet home Meine Finger sind von der winterlichen Kälte so steif gefroren, dass es eine ganze Weile dauert, bis ich den Schlüssel endlich aus meiner Hosentasche bekomme. Zitternd öffne ich die schwere Glastür des Gebäudekomplexes. Sofort schlägt mir dieser eigenartige Geruch in die Nase, der hier immer durch die Gänge wabert. Eine Mischung aus Essensdüften und Reinigungsmittel, gepaart mit einem Hauchschimmel. Das künstliche grüne Licht der Halogenlampen brennt sich mir förmlich in die Augen. Meine Schuhe kratzen über den mausgrauen Teppich, als ich in Richtung Aufzug gehe. Keine Ahnung, ob das die ursprüngliche Farbe der Auslegware ist oder der Dreck und Staub den ursprünglichen Ton bereits aufgefressen haben. Der Fahrstuhl ruckelt gefährlich, als er das oberste Stockwerk erreicht. Als ich den Flur zu meiner Wohnungstür entlang gehe, flackern die Lampen über meinem Kopf. Dieses Gebäude ist genauso abrissreif wie alles andere in diesem Viertel auch. Gelächter und Weihnachtsmusik dringen dumpf an mein Ohr, als ich an den anderen Wohnungen vorbeischlurfe. Müde und durchgefroren trete ich durch meine Tür. Ein Raum, der als Wohn- und Schlafzimmer dient, Küche und ein lächerlich kleines Badezimmer. Für mehr reicht meine Kohle nicht. Nichts in dieser Bruchbude deutet darauf hin, dass heute Weihnachten ist. Kein Fensterschmuck, kein Adventskranz und kein Baum. Ich will nichts davon hier haben. Mit einem klirrenden Geräusch stelle ich meine Einkaufstüte auf dem Küchentresen ab. Leise ächzend beuge ich mich nach unten, um aus meinem Dosenvorrat das heutige Abendessen auszuwählen. Ravioli, Chili, Kartoffelsuppe. Nein, zur Feier des Tages darf es ja was Besonderes sein. Ich ziehe die Dose mit dem Rindereintopf hervor und leere den Inhalt, begleite von einem schmatzenden Geräusch in meinen einzigen Topf. Während mein Festmahl auf dem Herd vor sich hin köchelt, öffne ich mir eine Flasche Bier. Auf einmal ertönt ein lautes Poltern über meinem Kopf. Die Flasche noch am Mund rolle ich genervt mit den Augen. Selbst an Weihnachten, dem Fest der Diebe, schaffen es die beiden nicht, auf Streit zu verzichten. Sie oder er. Einer von beiden wird dieses Haus definitiv nur in einem Leichensack verlassen. Ein leises Blubbern lenkt meine Aufmerksamkeit wieder auf mein Essen. Ich schalte den Herd ab, nehme mir einen Löffel und mache es mir samt Bier und Topf vor dem Fernsehen gemütlich. Wozu einen Teller dreckig machen, hä? In meiner Kindheit war das alles ganz anders. An den Feiertagen wurde immer herrlich aufgetischt. Vater war für die Vorspeise zuständig. Eine Grütze aus Getreide und darin versteckt eine einzige Mandel. Wer sie auf seinem Teller fand, der bekam bereits vor der Bescherung ein kleines Geschenk. Und meine Mutter, sie machte alle Jahre wieder ihre berühmten Gänsebraten mit Rotkohl, Klößen und einer Soße zum Niederknien. Danach gab es Plätzchen und Lebkuchen, während die Erwachsenen sich die Feuerzangenbohle schmecken ließen. Wir durften dann selbstgemachten Früchtepunsch trinken. So heiß, dass es sogar aus der Tasse dampfte. Die zweite Flasche Bier und ein Glas Wodka gesellen sich zu dem Rindereintopf in meinem Magen. Lustlos zäppe ich durch die Fernsehkanäle. Weihnachtsgala. Noch eine Flasche Bier. Kitschige Liebeschnulze. Noch ein Glas Wodka. Kevin allein zu Haus. Meine Augen werden immer schwerer und schwerer. Allmählich und ohne es wirklich zu bemerken, drifte ich ab in einen traumlosen Schlaf. Part 3 Böses Erwachen Es ist ein lauter Knall, der mich grausam aus meinem Delirium reißt. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, als ich versuche, mich in der Dunkelheit meiner Wohnung zu orientieren. Was war das eben? Überrascht stelle ich fest, dass der Fernseher aus ist. Ich versuche, ihn wieder einzuschalten. Aber egal wie penetrant ich auf meine Fernbedienung drücke, er bleibt schwarz. Das darf doch nicht wahr sein. Begleite von einem leisen Stöhnen erhebe ich mich von meinem Sofa und schlage einmal kräftig auf die alte Kiste. Aber auch das hilft nichts. Das Gerät bleibt stumm. Als ich versuche, das Licht einzuschalten, stelle ich fest, dass auch das nicht funktioniert. Etwa einen Stromausfall? Ich sturfe zum Fenster und werfe einen Blick hinunter auf die Stadt. Dort scheint alles noch zu funktionieren. Die Straßenlaternen tun ihren Dienst und auch in manchen Häusern brennt Licht. Kopfschüttelnd ziehe ich mich zurück. War ja klar, dass in dieser Bude irgendwann alle Lichter ausgehen. Für einen Moment bleibe ich ratlos in der Dunkelheit stehen, bevor ich mich auf die Suche nach einer Taschenlampe mache. Natürlich dauert es ewig, bis ich sie in dem Saustall meiner Schubladen finden kann. Dem kleinen Lichtkegel folgend trete ich hinaus auf den Hausflur. Auch hier ist alles dunkel. Hallo? Keiner meiner Nachbarn rührt sich. Unsicher bahne ich mir meinen Weg durch die Dunkelheit. Hinter den anderen Wohnungstüren herrscht eisiges Schweigen. Kein Ton ist zu hören, kein Lachen, keine Musik. Dabei ist es noch gar nicht so spät. Ich stutze, als der Schein meiner Taschenlampe über eine Tür gleitet, deren Oberfläche eingedrückt ist. Als wäre etwas Großes und Schweres dagegen gestoßen. War das vorhin auch schon so gewesen und ich hatte es nur nicht bemerkt? Die Stirn in Falten gelegt, gehe ich weiter, bis ich die Wohnung am Ende des Ganges erreiche. Was zum Teufel? Wo einst eine Tür war, klafft jetzt nur noch ein schwarzes Loch. Die Wohnungstür wurde aus den Angeln gerissen und liegt nun traurig auf dem Fußboden. Das Holz ist an manchen Stellen gesplittert und er lag abgeplatzt. »Hallo? Ist jemand da drin?«, rufe ich verhalten. Keine Antwort. Unschlüssig sehe ich mich um, bevor ich einen Schritt in das finstere Loch wage. Es knirscht und knarzt bei jedem Schritt unter meinen Füßen, als ich über die Tür gehe, um die Wohnung zu betreten. Ein seltsamer Geruch liegt in der Luft. Süßlich. Metallen. Der Schein meiner Taschenlampe wandert durch das Wohnungsinnere und offenbart das ganze Ausmaß der Zerstörung. Möbel sind umgestoßen worden, Fenster zerschlagen und aus dem aufgerissenen Stoff des Sofas quillt Gedärmen gleich weiße Füllmasse. Der Weihnachtsbaum wurde umgeworfen. Um ihn herum verteilt die Scherben der Christbaumkugeln. Seine Lichterkette glimmt immer mal wieder auf, als würde sie mir ein stummes Hilfesignal senden. Ein letzter Herzschlag, bevor das Licht endgültig erlischt. Schmierereien verunstalten die von Zigaretten rauf vergilbten Wände. Eigenartige Symbole und Schlieren aus dunkler Farbe. Je näher ich an die Wand herantrete, desto penetranter wird dieser seltsame Geruch. Ist das aber Blut? Erschrocken weiche ich zurück und stolpere dabei über eine umgestoßene Stehlampe. Ich verliere das Gleichgewicht und stürze, wobei ich geistesgegenwärtig versuche, die Wucht des Aufpralls mit meinen Händen abzufedern. Es knirscht leise, als ich in dem Scherbenmeer der Christbaumkugeln lande. Eine der messerscharfen Glasstücke bohrt sich tief in die Haut meiner Handinnenfläche. Ah, Scheiße! Zische ich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich angle nach meiner Taschenlampe, die mir bei dem Sturz aus der Hand gefallen ist. Auf dem Boden sitzend betrachte ich das Ausmaß der Wunde im Schein meiner Lichtquelle. Blut rinnt mein Handgelenk hinab. Eine goldschimmernde Scherbe steckt tief in meiner Haut. Die Taschenlampe zwischen den Zähnen geklemmt, versuche ich, sie herauszuziehen. Ich spüre, wie jeder Millimeter einen scharfen Schmerz durch meinen Körper jagt. Je weiter ich sie herausziehe, desto mehr Blut quillt aus dem Schnitt hervor. Als sie endlich klirrend zu Boden fällt, atme ich erleichtert auf. Doch dann lässt mich ein seltsames Geräusch erstarren. Ich werfe einen Blick über meine Schulter. Hinter mir ist das Schlafzimmer. Ein lichtloser Raum, so dunkel, dass ich nicht einmal Umrisse erkennen kann. Aber ich kann etwas hören. Ein leises Atmen, wohl eher ein Röcheln. Und ein Rascheln, als würde sich etwas auf dem Bett bewegen. Ich spüre, wie sich meine Nackenhaare aufstellen. Ohne lange darüber nachzudenken, raffe ich mich auf und renne los. Erst als ich keuchend die Wohnungstür hinter mir zuschlage, erlaube ich mir wieder richtig zu atmen. Mein Herz pocht wild, als würde es mir gleich aus der Brust springen. Was zum Teufel war das? Ich sollte die Polizei rufen, aber ohne Strom gestaltet sich das schwierig. Es hilft nichts. Ich muss so schnell wie möglich aus diesem beschissenen Gebäude raus. Draußen kann mir sicher jemand helfen. Als ich mir meine Jacke schnappen will, stocke ich, denn meine Hand greift ins Leere. Irritiert blicke ich mich um. Bin ich in der richtigen Wohnung? Von meiner einzigen Einrichtung ist kaum mehr was übrig. Lediglich ein Sofa, über das ein Tuch gespannt wurde, steht einsam und verlassen in der Mitte des Raumes. Kein Fernseher, keine Kleidungsstücke, keine sonstigen Möbel. Eine Zentimeter dicke Staubschicht hat sich bereits auf dem vergilbten Tuch abgesetzt, das mein Sofa verhüllt. Als wäre schon seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Bin ich im falschen Film? Das kann doch alles nur ein schlechter Traum sein. Das muss es sein. Ein Traum. Vermutlich habe ich einfach zu viel getrunken oder der Alkohol war mit irgendetwas versetzt. Wer weiß, mit was der Billigladen seinem Wodka puncht. Aber wenn das ein Traum ist, wieso pocht die Wunde in meine Hand noch immer so heiß? Traum oder nicht? Hier geht auf jeden Fall richtig kranke Scheiße ab. Und ich habe nicht vor, hier untätig herumzusitzen. Wenn ich schnell und leise bin, dann schaffe ich es unbemerkt bis zum Treppenhaus. Auf den Aufzug werde ich wohl nicht zielen können. Aber erst muss ich meine Blutung an meiner Hand stillen. Argwöhnisch betrachte ich das Tuch auf dem Sofa, bevor ich es herunterzerre und mir ein längliches Stück Stoff abreiße. Das funktioniert überraschend gut bei dem dünnen Stoff. Der herumschwirrende Staub kratzt in meiner Lunge und ich muss leise husten, während ich den provisorischen Verband fest um meine Wunde lege. Okay. Einmal tief durchatmen. Und dann nichts wie weg hier. Ich strecke zunächst nur meinen Kopf durch die Tür und lausche in die Dunkelheit, ob sich irgendetwas draußen bewegt. Doch es herrscht nur eine gespenstische Stille. Mit pochendem Herzen husche ich so schnell und lautlos wie nur irgend möglich den finsteren Flur entlang. In dem Moment, in dem ich meine Hand ausstrecke, um die Tür zu öffnen, die zum Treppenhaus führt. Er klingt ein heller Ton. Ungläubig starre ich auf den Aufzug, der langsam neben mir seine Türen öffnet. In seinem Inneren leuchtet ein warmes Licht. Wie kann das sein? Vielleicht ist das ein göttliches Zeichen. Ein Wink von oben. Was es auch sein mag, es ist definitiv meine Fahrkarte hier raus. Ohne mich nochmals umzusehen, schlüpfe ich in den Fahrstuhl und betätige den Knopf, der die Tür mit einem leisen Summen hinter mir schließt. Doch dann zweifle ich an meiner Entscheidung. Das Bedienfeld des Fahrstuhls ist blutverschmiert. Rote Fingerabdrücke, die sich über die Tasten verteilen, als hätte jemand hektisch und in Panik sämtliche Tasten gedrückt. Ich atme tief durch, versuche die Angst in meinem Inneren niederzuringen. Mit einer entschlossenen Bewegung drücke ich die Taste, die mich hinabbringen soll, ins Erdgeschoss. Ruckelnd setzt sich der Aufzug in Bewegung. Nervös kauere ich auf meiner Unterlippe, während ich das Display betrachte, das gemächtigt die Stockwerke runterzählt. Als die roten Lichter endlich den Buchstaben EG formen, atme ich erleichtert auf. Doch das befreiende Gefühl hält nicht lange, denn anstatt anzuhalten, fährt der Fahrstuhl einfach unbeirrt weiter nach unten. Was? Nein, halt sofort an, du beschissenes Ding! Hektisch drücke ich auf den Tasten herum. Doch der Aufzug scheint ein Eigenleben entwickelt zu haben. Stur führt er seinen Weg nach unten fort, bis wir den Keller erreichen. Erst hier kommt er zum Stehen und öffne mit einem beinahe hämischen Ton seine Türen. Komm schon, du Drecksteil! Unbeirrt hämmere ich weiter auf den Tasten herum. Doch nichts rührt sich. Schwer seufzend blicke ich nach vorne, auf den langen Gang, der sich wie ein schwarzer Fluss vor mir erstreckt. Mir bleibt dann nichts anderes übrig. Ich muss mich in die Dunkelheit wagen und versuchen, über den Keller nach draußen zu kommen. Vielleicht kann ich aber auch einen Schaltkasten finden und den Strom wieder einschalten. Das wäre ja auch schon einmal eine Hilfe. Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen, während mir meine Taschenlampe spärlich den Weg leuchtet. Es fühlt sich an, als würde ich eine Ewigkeit durch die Finsternis wandern. Wie groß ist dieser beschissene Keller denn bitte? Der Lichtkegel meiner Lampe ist so mager, dass ich weder zu meiner linken noch zu meiner rechten etwas erkennen kann. In meinem Kopf spuken die verrücktesten Gedanken herum. Augen, die mich aus der Dunkelheit heraus beobachten könnten. Schreck gestalten, die nur darauf lauern, mich zu überfallen. Kopfschüttelnd versuche ich, all diese abstrusen Hirngespinste von mir zu weisen. Reiß dich zusammen! Wenn ich erst einmal raus bin, dann rühre ich mit Sicherheit keinen Tropfen Alkohol mehr an. Dieser Höllentrip ist leere genug. Auf einmal erregt etwas meine Aufmerksamkeit. Vor mir kann ich eine Tür erkennen. Sie wirkt seltsam. Als würde sie nicht recht hierher gehören. Ihre schwarze Oberfläche ist mit Metall beschlagen, das sich wie Wurzelwerk über die Oberfläche zieht. Rundherum sind seltsame Zeichen angebracht. Kunstvolle Zeichen aus Linien und Kurven, die ein wenig an Buchstaben erinnern, aber doch keinen Sinn für mich ergeben. Und dahinter leuchtet ein Licht. Ich kann den hellen Schein durch den Türschlitz und die Ritzen im Holz erkennen. Einen Moment zögere ich. Unschlüssig darüber, was ich tun soll. Aber dann erklingt plötzlich ein leises Knacken hinter mir in der Dunkelheit und ich lasse alle Zweifel fahren. Mit einer kraftvollen Bewegung öffne ich die Tür und trete hinein in das gleißende Licht, das in meinen Augen brennt und mich blendet. Part 4 Unholy Night Es dauert einige Momente, bis meine Sicht wieder klar und deutlich ist. Auch wenn meine Augen scheinbar wieder funktionieren, so kann ich doch nicht glauben, was ich sehe. Ich stehe inmitten eines Weihnachtsmarktes. In einigen Metern Entfernung ragt vor mir eine meterhohe Tanne in den düsteren, wolkenverhangenen Himmel. Dicke Glaskugeln hängen schwer an ihren Zweigen. Doch sie sind weder golden noch rot oder silbern. Sie sind pechschwarz und glänzend. Der Baum erhebt sein Haupt wie ein unheilvoller Riese über die eingeschneiten Dächer der kleinen Verkaufsbuhnen. Der gesamte Ort gleicht einer Kulisse aus einem vergangenen Jahrzehnt, ein beinahe perfektes Abbild meiner Kindheitserinnerungen. Und doch ist so vieles seltsam an dieser Szenerie. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Gerade eben war ich doch noch im muffigen Keller meines Wohnhauses. Und jetzt stehe ich inmitten eines verlassenen Weihnachtsmarktes. Ich spüre, wie mein Verstand immer mehr zu bröckeln beginnt. Kaum noch fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Bekannte Melodien, summen durch die Luft. Alte Weihnachtslieder. Aber sie klingen verfremdet, als würde ein zerbrochenes Grammophon sie abspielen. Jeder Ton schief und verzerrt. Langsam bewege ich mich vorwärts, wandle auf den engen Gassen zwischen den unbesetzten Verkaufsständen entlang. Alles hier wirkt unheimlich. Wie ein hässlich verzerrtes Spiegelbild der Realität. In den einzelnen Auslagen liegen seltsame Waren. Holzschnitzereien, die rein gar nichts mehr mit der besinnlichen Weihnachtszeit zu tun haben. Nussknacker, deren Münder in den verzerrten Gesichtern weit aufgerissen sind. Als würden sie in Todesqualen schreien. Weihnachtspyramiden, die eigentlich zarte Krippenszenen in Bewegung setzen sollten, lassen nun dämonische Unholde wild umhertanzen. Ein groteskes Schauspiel. Von dem herzhaften Essen, das mir in der Kindheit stets das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ, ist hier nichts weiter übrig als eine schimmlige, nach Verwesung riechende Masse. Mir wird übel bei diesem Gestank. An einem der Ständelugen seltsam verformte Lebkuchenmänner aus der Auslage. Ihre verbrannten Gesichter scheinen verzerrt vor Schmerz. Ein eisiger Wind streicht über den Markt und plötzlich dringt ein leises Quietschen an mein Ohr. Ich folge dem Geräusch zu einem riesigen Karussell. Die Pferde daraus sind keine festlich geschmückten Tiere, sondern grotesk geschnitzte, albtraumhafte Kreaturen. Das Fahrgeschäft dreht sich langsam im Uhrzeigersinn, obwohl weder Kinder darauf sitzen noch jemand das Gefährt bedient. Was ist das nur für ein gottverlassener Ort? Mir ist, als hätte jemand in meinem Kopf herumgewühlt und mir meine Kindheitserinnerungen entrissen, um dann daraus diese entstellte Version eines Weihnachtsmarktes zu formen. Die Wärme, die ich einst auf diesen Märkten fühlte, war einem eisigen Schauer gewichen. Jeder Schritt durch diesen verstörenden Weihnachtsmarkt fühlt sich an, als ob ich durch die Schatten meiner eigenen Erinnerungen wandern würde, während die Realität um mich herum wie ein Eiskristall zerspringt. Ich führe meinen Weg fort, der mich tiefer hineinführt in diesen schaurigen Markt. Hoffnung keimt in mir auf, als ich eine Hütte erblicke, aus der ein warmes Licht strahlt. Gibt es hier vielleicht doch jemanden, der mir helfen kann? Schnellen Schrittes marschiere ich auf das kleine Häuschen zu, auf dessen verwitternden Holzschild in verschnörkelten Buchstaben das Wort Wahrsagerei geschrieben steht. Im Inneren steht eine kleine Frau, den Rücken mir zugewandt. Ihr Haar ist mit einem bunten Tuch bedeckt, an dem leise kleine Münzen klimpern. Ich kann mein Glück kaum fassen. Endlich jemand der Licht in das Dunkel bringen und mir den Weg hier raus zeigen kann. Entschuldigen Sie bitte! Das Lächeln, das mir die Hoffnung in mein Gesicht gemalt hat. Er stirbt, als die Frau sich zu mir umdreht. Sie ist keine Unbekannte. Es ist die verrückte Alte, die mir noch vor wenigen Stunden wüste Verwünschungen an den Kopf geworfen hatte. Du! Es ist nicht mehr als ein ungläubiges Flüstern, was mir da über die Lippen kommt. Die Alte antwortet nicht. Stattdessen verzieht sich ihr zahnloser Mund nur zu einem wissenden Grinsen. Sie nimmt sich einen Stapel Karten, der auf ihrer mit Kristallen, Tüchern und Kräutern verzierten Auslage liegt. Seelenruhig mischt sie ihr Kartendeck, während ich sie völlig entgeistert anstarre. Unfähig, mich zu bewegen, als hätten meine Füße tiefe Wurzeln in den Boden geschlagen. Was hat das hier alles zu bedeuten? Was ist das hier für ein Ort wie ... Warum bin ich hier? Doch wieder bleibt die Alte Frau mir eine Antwort schuldig. Schweigend legt sie eine Reihe aus drei Karten. Dann endlich sieht sie mich an und beginnt zu sprechen. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Ich ... Ich verstehe nicht. Ist das hier ein kranker Scherz oder was? Verdammte Scheiße! Unbeeindruckt von meinen Worten fängt die Wahrsagerin an, eine Karte nach der anderen umzudrehen. Sie alle zeigen das gleiche Symbol. Ein schwarzer Reiter auf einem fahlen Pferd. Darunter steht ein Wort. Tod. Die Karten lügen nie und ihre Antwort ist eindeutig. Während die Frau zu mir spricht, verändert sich ihr Erscheinungsbild im flackernden Schein der Laternen. Ich vermag es nicht zu sagen, ob es am Spiel aus Licht und Schatten liegt, aber ihr Gesicht scheint jünger zu werden. Als würde die Zeit rückwärts laufen. Nur, um im nächsten Moment wieder in den ursprünglichen Zustand zu verfallen. Wie Porträts aus unterschiedlichen Zeiten, die sich immer wieder überlappen. Das ist alles nicht echt. Das kann nicht echt sein. Wie ein Mantra murmle ich diese Worte vor mich her, während ich mich von der Frau abwende und ohne noch mal zu ihr zu blicken meinen Weg fortführe. Ich weiß nicht warum, aber mein Ziel ist die große Tanne im Herzen des Weihnachtsmarktes. Es zieht mich förmlich dorthin. Als ich mich hier langsam nähere, entdecke ich einen seltsamen Garten aus Steinstatuen, die allesamt wie lebensechte Menschen aussehen zu ihren Füßen. Ein makaberer Anblick. Manche der Statuen blicken in den Himmel. Andere halten ihre Gesichter in den Händen vergraben und wieder andere sitzen auf dem Boden, die Arme hilfesuchend ausgestreckt. In der Luft hängt der süßliche Duft kandierter Äpfel. Etwas, das an diesem schrecklichen Ort vollkommen deplatziert wirkt. Der Geruch wird immer intensiver, je länger ich mich zwischen den Statuen bewege. Erst jetzt wird mir bewusst, dass es sich nicht um Stein handeln kann. Dafür glänzt das Material viel zu sehr. Einer inneren Eingebung folgend schnuppere ich vorsichtig an einer der Figuren. Ist das... Zucker? Irritiert betrachte ich die glänzende Schicht, die mich tatsächlich an die Glasur eines kandierten Apfels erinnert. Sanft berühre ich die ausgestreckte Hand einer weiblichen Statue. Obwohl ich wirklich vorsichtig bin, bricht dennoch einer der schmalen Finger ab. Erschrocken beuge ich mich nach unten, um ihn aufzuheben. Als ich den Finger mit der Bruchstelle zu mir drehe, kann ich spüren, wie die Galle in mir hochsteigt. Der saure Geschmack liegt mir bereits auf der Zunge. Im Inneren der Glasur pulsiert eine Masse aus Fleisch, Blut und Muskeln. Dazwischen ist etwas Weißes eingebettet. Würgend stelle ich fest, dass es sich dabei um einen Knochen handeln muss. Angewiedert lasse ich den Finger zurück auf den Boden fallen. Mein Blick wandert zu der Statue zurück. Aus der Bruchstelle an der Hand quillt Blut hervor. Ein roter Rinnensaal, der sich langsam seinen Weg über die glänzend weiße Oberfläche bahnt, bevor die Schwerkraft ihn in Form kleiner Tropfen zu Boden zieht. Die grausige Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Und für einen Moment habe ich das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Diese vermeintlichen Statuen sind lebendige Menschen. Oder sie waren es zumindest einst. Gefangen in einem Gefängnis aus Zucker, Fleisch und Blut. Die Übelkeit lässt sich nicht mehr niederkämpfen. Mit einem würgenden Geräusch erbreche ich mich. Schwer atmen versuche ich mich zusammenzureißen. Ich muss hier weg, so schnell wie möglich. Die eisige Luft frisst sich förmlich in meine Lungen, als ich über den Marktplatz renne. Doch egal, welche Richtung ich einschlage, alle Wege führen zurück zu der riesigen Tanne und den Statuen. Das darf doch nicht wahr sein. Keuchend führe ich meine aussichtslose Flucht fort, nur um immer und immer wieder am Ausgangspunkt zu landen. Rechts oder links, es ist vollkommen egal. Als würde mich dieser verdammte Ort einfach nie gehen lassen wollen. Verdammte Scheiße. Erschöpft sinke ich auf meine Knie. Meine Brust hebt und senkt sich unter schweren Atemzügen, die einem brennenden Schmerz durch meine Rippen jagen. Dicke Flocken landen sacht auf meinem Haupt, beginnen allmählich den Boden zu bedecken. Hat es angefangen zu schneien? Mit zusammengekniffenen Augen blicke ich hoch in den Himmel. Die Schneeflocken, die auf mein Gesicht fallen, fühlen sich überhaupt nicht kalt an. Sie schmelzen auch nicht auf meiner erhitzten Haut. Verwirrt zerreibe ich eine der Flocken zwischen meinen Fingern. Zurück bleibt eine staubige Schicht auf meinen Fingerkuppen. Das ist kein Schnee. Das ist... Das ist... Wie man es nimmt, ich bin schon seit einer ganzen Weile hier. Aber das ist nicht mein Zuhause, falls es das ist, was du meintest. Überrascht ziehe ich eine Augenbraue hoch. Und wie bist du hier... gelandet? Sie zuckt mit den Schultern. So wie man jeden Ort betritt. Ich bin durch eine Tür gegangen. Einige Sekunden lang herrscht Schweigen zwischen uns. In meinem Kopf schwirren die Gedanken wie ein wild gewordener Schwarm Zugvögel. Es fällt mir schwer, einen von ihnen zu fassen. Da sind so viele Fragen. Wie heißt du? Was ist das für ein abscheulicher Ort? Und überhaupt, was hat es mit diesen... fürchterlichen Statuen auf sich? Die Worte sprudeln nur so aus mir heraus. Doch die Frau vor mir bleibt ganz ruhig und wartet, bis der Schwall meiner Worte verebbt. Mein Name ist Berchter. Berchter? Sie legt den Kopf leicht schief und betrachtet mich, als wäre ich ein kleines Kind, das eine dumme Frage gestellt hat. Du hast schon richtig gehört. Stimmt da was mit dem Namen nicht? Ja, nein, er ist nur... ungewöhnlich. In meinem Kopf rattert es. Irgendwie kommt mir dieser fremdartige Name bekannt vor. Aber die Zahnräder in meinem Kopf wollen nicht ineinander fassen. Berchter scheint meine Verwirrung nicht zu bemerken. Oder sie ignoriert sie einfach. Sie blickt hinunter auf den Boden und schiebt mit ihrer Fußspitze einen kleinen Stein hin und her, während sie weiterspricht. Du hast gefragt, was das hier für ein Ort ist. Nun, die Antwort auf die Frage kann ich dir nicht geben. Er ist für jeden etwas anderes. Für jeden? Ich lege die Stirn in Falten, als Berchter ihren Blick hebt und mich direkt ansieht. Schau dich doch um. Denkst du etwa, wir sind die Einzigen hier? Da waren viele vor uns und da werden viele nach uns sein. Meine Augen wandern über die Statuen und Buden hin zur Spitze des riesigen Tannenbaums, die wie ein Speer in den Himmel ragt. Wenn du mich fragst, dann ... Dann ist das hier die Hölle. Die Worte aus meinem Mund kommen mir irgendwie fremd vor. Ich war nie sonderlich gläubig. Als Kind ging ich nur in die Kirche, weil meine Eltern es so wollten. Und den Folkloren meiner Großeltern lauschte ich damals nur, weil es spannende Einschlafgeschichten waren. Götter, Dämonen, Wintergeister. Ich konnte all dem bis heute nichts abgewinnen. Wenn es denn mystische Mächte gibt, warum müssen viele von uns denn so leiden? Aber dieser Ort hier ... Ich vermag ihn nicht anders zu beschreiben. Wenn ich an all das denke, was ich erlebt habe, dann fällt mir wirklich nur das eine Wort ein. In dem Fall ist es dann wohl deine Hölle. Was? Irritiert blicke ich zu Berchter, die mich mit ihren Worten aus meinen Gedanken zurück in das Hier und Jetzt geholt hat. Sie schüttelt kurz den Kopf, bevor sie weiterspricht. Willst du versuchen zu entkommen? Was für eine seltsame Frage. Wer würde denn freiwillig hierbleiben wollen? Um ehrlich zu sein, alles an ihrer Erscheinung ist seltsam. Dafür, dass sie schon lange hier sein will, sieht sie so gepflegt und ... schön aus. Ich spüre, wie sich erneut der Argwohn in mir regt und Zweifel in mein Ohr flüstert. Gibt es denn einen Weg hier raus? Das Misstrauen in meiner Stimme ist nicht zu überhören, obwohl ich wirklich versuche, freundlich zu klingen. Dennoch schleicht sich ein leichtes Lächeln auf Berchters Leben. Es gibt immer einen Weg hinaus. Man muss nur gewillt sein, ihn zu finden. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ihre Worte schnüren mir vor einen Moment die Kehle zu. Hör mal, denkst du etwa, ich habe nicht versucht, von hier wegzukommen? Aber egal, ob ich nach rechts oder links oder rückwärts laufe, ich lande immer hier bei diesen beschissenen Statuen. Und was ist eigentlich mit dir? Du scheinst ja auch nicht von hier wegzuwollen. Oder warum bist du noch immer hier? Bei jedem Satz schwillt die Wut in meinem Inneren an. Schwer atmend versuche ich, die Salwa an Schimpfwörtern zurückzuhalten, die mir auf der Zunge liegt. Dass Berchter keinerlei Gefühlsregung zeigt und bei all dem ganz entspannt bleibt, macht es nicht unbedingt besser. Jedes Leben ist anders. Die Schicksale werden unterschiedlich gewebt. Jedes hat sein eigenes Material, sein eigenes Muster. Keines gleicht dem anderen. Ich kann mir ein generftes Stöhnen nicht verkneifen. Die ist definitiv schon zu lange hier. Denn dieser Ort hat wohl irgendetwas mit ihrem Verstand angestellt. Ganz rund scheint es bei ihrem Oberstübchen jedenfalls nicht mehr zu laufen. Pass auf, ich will hier definitiv weg. Kannst du mir helfen oder nicht? Berchters Blick bohrt sich förmlich in meine Augen. Als würde sie in meinem Inneren nach etwas suchen. Wenn du zurück willst in dein Leben, weil du es lebenswert findest, dann kann ich dich ein Stück begleiten. Irritiert hebe ich eine Augenbraue. Wenn ich zurück will? Was ist mit ihr? Will sie etwa hier bleiben? Ach, was weiß der nicht. Mir schwirrt der Schädel und ich habe keine Lust weiter über die rätselhaften Andeutungen dieser fremden Frau nachzudenken. Eigentlich habe ich noch so viele Fragen. Aber die Schmerzen, die gegen meine Schläfen pochen, sind jetzt schon schier unerträglich. Also, dann lass gehen. Mit einer Handbewegung deute ich an, dass sie vorgehen soll. Schweigend folge ich ihr. Zunächst starre ich nur auf den Boden, während ich hinter ihr hertrotte. Aber irgendwann hebe ich den Blick. Für einen kurzen Moment keimt Zuversicht in mir auf. Diese Stände, ich kenne sie nicht. Sie sind mir völlig unbekannt. Das bedeutet, wir haben einen Bereich erreicht, in dem ich noch nicht war. Ich sehe über meine Schulter. Der Tannenbaum in unserem Rücken wird immer kleiner. Wir bewegen uns tatsächlich nach vorne. Näher zum Ausgang hin. Ein warmes Kribbeln macht sich in meiner Magengegend breit. Hoffnung. Doch plötzlich bemerke ich etwas, dass dieses schöne Gefühl sofort im Keim erstickt. Werden wir etwa verfolgt? Die Anzeichen waren schon seit einer Weile da. Ich hatte sie nur nicht wahrhaben wollen. Ein Knacken. Ein leises Flüstern. Ein Schatten, der verschwindet, sobald ich genauer hinsehe. Berchter scheint nichts zu bemerken. Oder sie schweigt sich über die wachsende Bedrohung um uns herum aus. Aber warum sollte sie das tun? Will sie mich in eine Falle locken? Ist sie vielleicht ein Teil dieser makaberen Inszenierung? Mein Puls beschleunigt sich, doch bevor ich weiter in Panik verfallen kann, erreichen wir tatsächlich den Ausgang des Weihnachtsmarktes. Ungläubig starre ich auf das riesige Schild, das über dem Tor hängt. Es ist stark verwittert und hat sich an einer Seite bereits von seinen Ketten gelöst. Der Wind wiegt es sachte und begleite von einem leisen Quietschen hin und her. Ich würde am liebsten losstürmen. Doch bevor ich über die Schwelle trete, drehe ich mich zu Berchter um, die hinter mir stehen geblieben ist. Du hast mir noch nicht gesagt, was es mit diesen seltsamen Statuen auf sich hat, die mit dem Zuckerguss überzogen sind. Sie waren doch einmal lebendige Menschen, nicht wahr? Berchter sieht mich mit großen Augen an. Ihre Lippen beginnen sich zu öffnen. Doch formen sie keine Worte, sondern nur einen stummen Schrei. Rockartig wird sie von einer unsichtbaren Macht nach hinten geschleudert, förmlich von den Füßen gerissen. Starr vor Angst muss ich dabei zusehen, wie sie zwischen zwei Verkaufsstände gezogen wird. Ihre Schreie sind so markerschütternd und schrill, dass es mir beinahe das Trommelfeld zerreißt. Als ich mich endlich aus meiner Schockstarre löse, sind bereits wertvolle Sekunden verstrichen. Ich renne auf die beiden Weihnachtsbuden zu. Doch bevor ich sie erreiche, verstummen bericht das Schreie, was mich mitten in der Bewegung verharren lässt. Für den Bruchteil einer Sekunde herrscht eine gespenstische Stille. Dann dringen sie an mein Ohr, die ekelerregenden Geräusche. Auch wenn ich es nicht sehen kann, so weiß ich doch, was jedes Knirschen und Reißen bedeutet. Fleisch und Sehnen, die zerreißen, Knochen, die brechen, dazwischen ein Schmatzen und Knurren, wie von einem wilden Tier. Verloren. Jede Hilfe zu spät. Und dann spüre ich es. Obwohl ich es nicht sehen kann, weiß ich ganz genau, dass dieses Ding, diese Kreatur, mich anstarrt. In der Dunkelheit lauernd. Bereit zum Sprung. Ich wende mich ab und beginne zu rennen. Ich renne so lange, bis der Weihnachtsmarkt hinter mir immer kleiner und kleiner wird. Bis kaum noch Sauerstoff in meinen Lungen ist und jede Muskelfaser vor Schmerz schreit. Erst als ich mir absolut sicher bin, dass mich nichts verfolgt, erlaube ich mir auf die Knie zu sinken und nach Luft zu ringen. Mein Körper fühlt sich heiß an. Meine Kleidung klebt förmlich an meiner Haut und die schweren Atemzüge drohen, meinen Brustkorb zu zerreißen. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sich meine Atmung wieder normalisiert hat und ich einen klaren Gedanken zulassen kann. Ächzend richte ich mich auf und lasse meinen Blick schweifen. Ich stehe mitten auf einer breiten Straße in einer menschenleeren Stadt. Rechts und links von mir gigantische Hochhäuser, dicht an dicht. Wie Dominosteine in einer schier endlosen Schlange. Lichterlos. Seelenlos. Es ist nichts zu leugnen. Die Hoffnungslosigkeit frisst mich auf. Sie war schon immer ein Teil von mir, aber noch nie so präsent wie am heutigen Tag. Oder doch? Hatte ich ihr Brüllen nur immer ignoriert? Die Dunkelheit und den Zerfall in meinem Herzen geleugnet? Ist das alles hier der Gipfel des Albtraums, den ich Leben nenne? Albtraum. Träumen. Auf einmal höre ich sanfte Worte meine dunklen Gedanken durchdringen. Wie das Licht eines Sonnenaufganges. Die Stimme meiner Mutter, die versucht, ihren aufgebrachten Sohn zu beruhigen, nachdem er schlecht geträumt hat. Wenn du das nächste Mal in einem Albtraum gefangen bist, dann suche nach etwas, das dort nicht hingehört. Das ist dein Weg nach Hause. Etwas, das hier nicht hingehört. Die Worte wiederholend stolpere ich die Straße entlang. Meine Augen huschen wild umher, suche nach etwas, das passen könnte. Oder eben nicht passt. Nach einer mir endlos lang erscheinenden Zeit finde ich mich mitten auf einer großen Kreuzung wieder. Ein leises Klicken dringt an mein Ohr, gefolgt von einem klirrenden Läuten. Ich drehe mich in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Da steht sie. Wie eine Fata Morgana in der Wüste. Eine Standuhr. Mannshoch und aus schwarzem Holz. Das verschnörkelte Pendel schwingt behäbig hin und her, während die Zeiger auf dem goldenen Zifferblatt ihre Bahnen ziehen. In das Holz sind seltsame Zeichen geritzt. Die gleichen Symbole wie auf der Tür, die mich an diesen gottlosen Ort gebracht hat. Auf dem Kopf der Uhr thront eine grausige Gestalt. Ein geschnitzter Teufel mit gebogenen Hörnern, der beinahe gelangweilt auf den Betrachter hinabblickt. Bei genauerer Betrachtung kann ich einen Lichtstrahl hinter dem Pendel erkennen. Als würde sich dahinter eine kleine Tür befinden. Ich kann es spüren. Das ist mein Weg hier raus. Zurück in mein altes Leben. Nur noch wenige Zentimeter trennen meine Hand von der Pendeltür. Sie muss nur noch geöffnet werden. Doch etwas in meinem Inneren hält mich zurück. Mein altes Leben. Will ich dorthin überhaupt zurück? Was wartet hinter dieser Uhr auf mich? Freiheit? Oder doch Einsamkeit? Etwas Lohnenswertes? Wohl kaum. Unschlüssig. Die Stimme, die jetzt an mein Ohr dringt, ist so tief und unmenschlich, dass sie mir eine Gänsehaut über den gesamten Körper jagt. Langsam drehe ich mich um, bis ich die Person sehen kann, die zu mir spricht. Du hättest nur hindurchgehen müssen. Dann wärst du wieder zurück in deiner Welt gewesen. Aber das willst du wohl gar nicht, habe ich recht? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Berchter. Völlig unversehrt steht sie vor mir. Von dem Offensichtlichen mal abgesehen, ist etwas an ihr seltsam. Ihre Stimme. Sie passt nicht. Sie ist viel zu tief und kratzig, als würde jemand oder etwas durch sie sprechen. Wie zum Teufel! Die Silben kommen mir nur schwer über die vertrockneten Lippen. Gutes Stichwort. Sie es lächelt und klopft sich mit einer Hand den Straßenstaub vom Mantel. In der anderen hält sie etwas. Erst kann ich es nicht so richtig erkennen, aber dann wird mir klar, dass es sich dabei um ein Stück einer der Statuen handelt. ein weiterer Finger. War eine höllisch gute Schau, oder? Und dann hilfst du dem armen Mädchen nicht mal. Wo ist der hin, der Heldenmut der alten Zeit? Fassungslos sehe ich dabei zu, wie Berchter oder was auch immer das da vor mir ist, den Statuenfinger an die Lippen führt und daran zu knabbern beginnt, als wäre es eine beschissene Süßigkeit. Mir wird übel. Jetzt guck doch nicht so. Ich liebe Süßigkeiten und zur Weihnachtszeit schmecken sie besonders gut. Was bist du? Oh, ich habe so viele Namen. Zu viele. Sie alle aufzuzählen, würde ewig dauern. Deine Zeit, mein Lieber, ist abgelaufen. Nein, ich... Meine restlichen Worte gehen in dem tiefen Lachen unter, das aus Berchters Kehle kommt und die Luft zum Vibrieren bringt. Du hattest eine Chance und du hast sie nicht genutzt. Mal wieder. Irgendwann ist Schluss, weißt du. Dann gibt es keine neuen Chancen mehr. Hör auf, davon zu laufen. Ich kann sehen, dass du dieser Welt überdrüssig bist. Die Müdigkeit steht dir ins Gesicht geschrieben. Warum einen sinnlosen Kampf führen, wenn du dich hier zur Ruhe betten kannst? Klingt das nicht viel schöner? Ich... Nein, das... klingt schrecklich. Schrecklich schön, meinst du wohl? Berchters tiefe, unmenschliche Stimme heilt unangenehm in meinem Verstand wieder. Sie bewegt sich langsam auf mich zu. Ich will einen Schritt zurückweichen, aber mein Körper gehorcht mir nicht. Das Herz will, was das Herz will. Langsam legt sie mir ihre Hand auf die Brust. Mein Herz schlägt wild in meiner Brust, doch ihre Berührung ist überraschend angenehm, warm und fast schon zärtlich. Es wurde dir schon so oft gebrochen und darauf herum getrampelt. Manche Dinge können nicht mehr repariert werden, egal, wie sehr man es auch versucht. Dann ist es besser, wenn man... aufgibt. Als ich ihren Satz vollende, erscheint ein teuflisches Grinsen auf ihrem Gesicht. Ihre Lippen ziehen sich so weit zurück, dass ich ihre messerscharfen Zähne erkennen kann. Ja. Ein einziges Wort, langgezogen, wie ein Echo. Ich spüre, wie sich ihre Fingernägel in meine Haut krallen. Sie graben sich durch Fleisch, Muskeln und Sehnen. Das Letzte, was ich höre, ist das Knacken meines brechenden Brustbeins. Dann wird alles dunkel. Eine endlose Nacht bricht über mich herein. Eine stille Nacht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Jahr 1982 hatte ich einen wirklich eigenartigen Job. Gerade genug arbeiten, um die Miete bezahlen zu können. Das war früher mein Lebensmotto. Ich musste als Kind nämlich tatenlos zusehen, wie sich mein Vater in den Kohleminen für ein paar Groschen das Kreuz und die Lunge kaputt machte und fasste für mich schnell den Entschluss, dass ich so nicht enden wollte. Ich verließ mein Elternhaus mit 22 und anstelle eines Studiums oder so reiste ich um die Welt und jobbte, wann immer ich Geld benötigte. Work and Travel halt. Kurier, Tellerwäscher, Verkäufer, Assistent eines Privatdetektivs, Reinigungskraft in einem Schlachthof und so weiter und so fort. Wenn Ihnen irgendein Beruf einfällt, den keine Sau machen möchte, habe ich ihn mit Sicherheit gemacht. Ich hätte auch genauso weitergemacht, wenn ich nicht 1993 eine Kellnerin in South Padry Island geschwängert hätte. Die Vaterschaft veränderte natürlich alles. Ich fand einen Job bei der Post und arbeitete dort, bis mich die Arthritis dazu zwang, vorzeitig in Rente zu gehen. Jetzt verbringe ich die meiste Zeit damit, Bier zu trinken oder mich um meine Enkelkinder zu kümmern. Aber in den letzten Wochen und Monaten lässt mich die Erinnerung an einen Job, den ich 1982 gemacht habe, einfach nicht mehr los. Keiner glaubt mir und selbst meine Kinder denken, ich werde langsam tüddelig. Aber verdammte Scheiße, ich bin nicht senil und das sind auch nicht die ersten Anzeichen einer Demenz. Ich bin klar im Kopf. Naja, ich beginne von Anfang an. Es war im Sommer 1982 in New Orleans. Ich war 23 und befand mich noch ziemlich am Anfang meiner Reise. Zu der Zeit arbeitete ich als Hundefänger, aber nachdem ich bereits zweimal ordentlich gebissen worden war, wollte ich das Engagement schnellstmöglich beenden. Ich blätterte gerade durch die Kleinanzeigen, als mir eine Stellenausschreibung ins Auge fiel. Gesucht, junger Mann mit Fahrzeug. Es geht um Nachtarbeit. Muss in der Lage sein, Anweisungen zu befolgen. 100 Dollar pro Tag. 100 Dollar reichen heute zwar hinten und vorne nicht mehr, aber damals konnte man mit so viel Geld gefühlt bis zum Mond reisen. Ich war natürlich skeptisch. Schon des Öfteren hatte ich Jobs in Aussicht, die auf den ersten Blick perfekt zu sein schienen, aber damit endeten, dass irgendein Pisser versuchte, mir in den Schritt zu greifen. Aber meine linke Pobacke schmerzte noch immer von dem deutschen Schäferhund, der mir fast ein Stück davon abgebissen hatte und meine rechte Backe schmerzte noch immer von der Tollwutspritze. Wenn ich nicht bald eine andere Arbeit finden würde, würde mein verstümmelter Arsch auf der Straße landen. Ich rief die Nummer an und ein Mann mit einer rauen Stimme nahm ab. Ich erklärte ihm, dass ich wegen des Jobs anrufe und er gab mir eine Adresse für ein Treffen am Stadtrand. Ich fuhr zu einem baufälligen, schmutzig-braunen Bürogebäude namens Henry LeBlanc Realty. Ein stämmiger Mann mittleren Alters öffnete die Tür und stellte sich als Hank vor. Du wirst wohl ausreichen, Jungchen, sagte er mit einer Zigarette im Mund. Wir setzten uns an einen kleinen Pokertisch, den einzigen Platz, der in dem beengten Büro frei von Unordnung war. Bist ein Laberkopp, Junge? fragte er, während er mich durch seine goldene, dünn gerannte Brille, die tief auf seiner Nase hin kritisch beäugte. Wie bitte? Ob du ein Laberkopp bist? Ich brauch nämlich jemanden, der seine Klappe halten kann. Ich kann meine Klappe halten, Sir. Über was für eine Art von Job reden wir denn? Ich bekam allmählich ein mulmiges Magengefühl. Hank winkte ab. Ich verlange nicht, dass du irgendetwas Illegales tust, Jungchen. Keine Sorge. Ich brauche nur jemanden, der Vertraulichkeit zu schätzen weiß. Soll ich irgendetwas unterschreiben oder so? Hank schüttelte den Kopf. Du musst gar nichts unterschreiben. Ich muss nur wissen, ob ich dir vertrauen kann. Ja, klar, sie können mir vertrauen. Hank seufzte und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Man konnte ihm ansehen, dass es in seinem Oberstübchen ordentlich rumorte. Hat dein Cutlass da draußen ein Radio? Fragte er und deutete auf mein 1976er Cabrio, das ich vor dem Haus geparkt hatte. Ja, natürlich. Wie laut kannst du denn die Mucke aufdrehen, Kleiner? Ich grinste. Ich könnte damit bestimmt einen ganzen Häuserblock aufhecken. Hank nickte langsam und rieb sich die grauen Bartstoppeln am Kinn. Gut, du musst Folgendes für mich tun. Die Aufgabe war unheimlich einfach. Nach Mitternacht würde ich mit meinem Cutlass nach Madery fahren, einem Vorort von New Orleans. Ich würde dann rechts auf die 50th Street abbiegen, eine Sackgasse, und so lange fahren, bis ich das Ende der Sackgasse erreichte. Dort würde ich wenden und die Straße wieder hochfahren. Das Einzige, worauf ich achten musste, war, und das war ihm äußerst wichtig, dass mein Radio dabei volle Kanne aufgedreht war. Im Anschluss sollte ich hierhin zurückkommen. Und das war's? Fragte ich ein wenig ungläubig. Ja, das war's. Kannst du heute Abend anfangen? Natürlich konnte ich. Bis kurz vor Mitternacht verbrachte ich meinen Abend in einer Spelunke, wobei es mir ziemlich schwer fiel, mir keinen hinter die Binde zu kippen. Um 23.45 Uhr setzte ich mich in meine Cutlass und fuhr nach Madery. Als ein grünes Schild mit der Aufschrift 50th Street zu meiner Rechten auftauchte, hielt ich kurz an der Ecke an, um mein Radio einzuschalten. Die Straße war totenstill, und alle Straßenlaternen waren ausgeschaltet, bis auf eine einzige, die in besagter Sackgasse vor sich hin flackerte. Wenn ich es mir recht überlege, war das vielleicht sogar das einzige Licht, das dort überhaupt brannte. Alle Häuser, meist kleinere Hütten, schienen verlassen zu sein. Bei einigen waren die Fenster notdürftig mit Sperrholzplatten vernagelt. Ich schaltete das Radio ein und Rock With You von Michael Jackson begann durch die Lautsprecher zu dröhnen. Ich ließ den Cutlass langsam auf das Ende der Straße zurollen und warf einen Blick auf die Häuser, die eindeutig leer zu stehen schienen. Was zum Teufel machte ich hier draußen? Ich erreichte die kreisförmige Sackgasse, wendete und fuhr die Straße zurück. Als ich gerade um den Block bog, hätte ich schwören können, dass ich sah, wie im Haus an der Ecke das Licht eingeschaltet wurde. Dem schenkte ich jedoch keine Beachtung, sondern schaltete das Radio aus und fuhr schweigend zurück zu Hank. Als ich in Hanks Büro ankam, war ich doch ein wenig überrascht, ihn dort zu sehen. Ich meine klar, er sagte, ich soll im Anschluss wieder hierher kommen, aber ich habe nicht wirklich damit gerechnet, ihn hier anzutreffen. Er rauchte eine filterlose und vor ihm auf dem Schreibtisch stand eine halbleere Flasche Bourbon. Sein Gesicht war blass und er sah irgendwie unruhig, wenn nicht sogar verängstigt aus, bis er mich sah. Oh, gut, da bist du ja wieder, sagte er und wirkte ein wenig überrascht. Allmählich kehrte auch die Farbe in sein Gesicht zurück. Ja, klar, das hatten wir doch so abgesprochen. Erwiderte ich und war ein wenig ratlos, warum er wegen meiner Ankunft überrascht zu sein schien. Hank richtete sich auf und stützte sich am Schreibtisch ab. Ihr, sagte er und reichte mir einen zerknitterten 100-Dollar-Schein. Wie sieht's mit morgen aus? Könntest du morgen Nacht wiederarbeiten? Ich sagte selbstverständlich zu. Das waren mal wirklich leicht verdiente 100 Dollar. Am nächsten Abend war ich mal wieder in der Spelunke, verließ sie dieses Mal aber ein bisschen früher. Die Fahrt zu 50 Street kam mir irgendwie länger als gestern vor. Ich musste mehrfach falsch abgebogen sein und mich irgendwie verfranst haben. Das war merkwürdig, weil der Weg eigentlich nicht allzu kompliziert war. Ich gab den zwei Gläsern Jim Beam die Schuld. Nachdem ich fast eine halbe Stunde lang wie ein Blödmann im Kreis gefahren war, sah ich das moosgrüne Schild der 50 Street zu meiner Rechten. Die Straße war wieder still und die Laterne am Ende der Sackgasse flackerte unaufhörlich. Ich war gerade dabei, mir eine Zigarette aus der zerknitterten Packung zu fummeln, als ich ein Geräusch hörte, bei dem sich mir der Magen umdrehte. Es hörte sich sowohl wie das Heulen eines Tieres, als auch wie das Kratzen von Metall auf Metall an. Im Lichtkegel meiner Scheinwerfer konnte ich nichts ausmachen. Dann flackerten meine Scheinwerfer hektisch, ehe sie ganz ausgingen. Ich schlug mit der Faust auf das Armaturenbrett und sah, wie die Lichter einen kurzen Moment später wieder ansprangen. Verunsichert schaltete ich das Radio ein und sofort drang der Klang von Physical von Olivia Newton-John aus den Lautsprechern. Mir fiel schon gestern auf, dass der Klang meines Radios irgendwie ein wenig komisch klang, doch heute klang es noch viel verzerrter als gestern. Ich fuhr mit Schrittgeschwindigkeit die Straße hinunter und blinzelte in die Dunkelheit vor mir. Ich hatte schon fast das Ende des Blocks erreicht, als der Motor des Cutlass stotterte und schließlich ganz ausging. Damals war der Cutlass mein Ein und Alles. Ich habe mich um den Wagen gekümmert, als wäre er mein eigenes Kind. Er würde wahrscheinlich immer noch in meiner Garage stehen, wenn ich ihn nicht zwei Jahre später in Paolo Auto zu Schrott gefahren hätte. Deshalb war es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass er so mir nichts dir nichts einfach verreckte. Man steckt ja nicht drin, sagte ich mir. Ich zündete mir noch eine Zigarette an, holte mein Werkzeug aus dem Kofferraum und öffnete die Motorhaube, wo mich eine Wolke heißen Dampfes empfing. Nachdem sich der Dampf verzogen hatte, leuchtete ich mit meiner Taschenlampe in den Motor, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Es war, als hätte irgendetwas mein Auto vorübergehend einfach außer Betrieb gesetzt. Und dann begannen die Dinge wirklich seltsam zu werden. Die Temperatur sank urplötzlich um wer weiß wie viel Grad. Ich wischte mir die Schweißperlen von der Stirn und fing im nächsten Moment an, vor Kälte zu bibbern. Und das mitten im Juli. Das schrille Geräusch, das ich vorhin schon gehört hatte, durchbrach erneut die Stille der Straße und ließ mich fast aus den Stiefeln springen. Mit zitternden Gliedern sah ich mich um. Ich hatte das eigenartige Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl es gleichsam den Eindruck machte, als wäre der ganze Block wie ausgestorben. Ich atmete einmal tief durch und schlüpfte vorsichtig wieder in mein Auto. Mit kalten Fingern versuchte ich, den Motor zu starten und hätte am liebsten einen Freudentanz aufs Parkett gelegt, als er ansprang. Mit immer noch klopfendem Herzen wendete ich und fuhr mit einem Affentempo wieder aus der Sackgasse heraus. Als ich wieder bei Hank ankam, sah ich durch die Fensterscheibe, wie er auf und ab ging und dabei irgendetwas vor sich hin murmelte. Wie gestern schien Hank erleichtert, mich wiederzusehen. Lass mich kurz dein Geld holen, sagte er und kam mit einem weiteren zerknitterten 100-Dollar-Schein zurück. Für eine Nacht kann ich dich noch bezahlen. Bist du dabei? Ich willigte ein. Und das nicht nur aufgrund des Geldes, nein. Mittlerweile war ich echt neugierig geworden, was das Ganze zu bedeuten hatte. Kurz überlegte ich, ob ich Hank mit ein paar Fragen löchern sollte. Aber ich hatte das Gefühl, dass er mir eh keine Antworten geben würde. Er wirkte nicht, als sei er in Plauderlaune. Ihn schienen irgendetwas zu beschäftigen. Und als ich ging, begann er wieder irgendetwas vor sich hin zu brabbeln. Den nächsten Abend verbrachte ich in meinem Mote-Zimmer und nicht in irgendeiner Bar. Ich wollte einen klaren Kopf behalten. Um ca. 23.30 Uhr stieg ich in meine Cutlass und raste in Richtung 50 Street, hatte aber wie gestern Probleme, sie zu finden. Es wirkte fast so, als gäbe es sie nicht. Als sei sie über Nacht verschwunden. Schließlich, gegen Mitternacht, leuchteten meine Scheinwerfer das grüne Schild der 50 Street an. Als ich gerade in die Straße bog, fing mein Wagen wieder an zu stottern und zu ruckeln, als hätte er, ich weiß wie doof das klingt, Angst, sich vorwärts zu bewegen. Ich schaltete das Radio ein, hörte aber nur ein Rauschen, gefolgt von seltsamen Geräuschen, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Ich drehte das Radio voll auf und brachte mein Auto dazu, vorwärts zu ruckeln. Irgendetwas war anders. Die Häuser sahen noch schlimmer aus als gestern. Sie waren eindeutig in einem noch schlechteren Zustand, einige Dächer fehlten sogar. Die Straßenlaternen waren immer noch komplett ausgeschaltet, bis auf die eine, die in der Sackgasse vor sich hin flackerte. Ich atmete tief durch und fuhr weiter. Ein überwältigendes Gefühl durchflutete mich. Es war, als würde ich beim Zahnarzt darauf warten, dass mir gleich vier Zähne gleichzeitig gezogen würden. Durch das Radio drang weiterhin nur Rauschen, ohrenbetäubend lautes Rauschen. Meine Scheinwerfer wurden mit jedem Meter, den ich fuhr, schwächer und gingen schließlich ganz aus. Die 50th Street war an sich kein allzu großer Block, aber sie kam mir gerade endlos vor und das flackernde Licht am Ende schien sich irgendwie immer weiter zu entfernen. Mit einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit trat ich das Gaspedal durch und raste auf die Sackgasse zu. Als ich dort ankam, ging mein Auto plötzlich aus und die flackernde Straßenlaterne erlosch im selben Augenblick. Ängstlich sog ich ein letztes Mal an meiner Zigarette und schnippte sie in die Dunkelheit. Ich versuchte, den Schlüssel im Zündschloss umzudrehen, aber der Cutlass stotterte nur beleidigt. Es war so dunkel, dass ich um mich herum wirklich nichts sehen konnte. Das schreckliche Geräusch, das ich gestern Abend schon gehört hatte, durchbrach die Stille und zeitgleich begann die Straßenlaterne wieder zu flackern und mein Auto erwachte zum Leben. Anstelle des Rauschens drang auf einmal Musik durch meine Lautsprecher. Es klang wie ein alter Ragtime. Und vor mir stand mit einem Mal eine junge Frau in einem zerschlissenen Kleid. Sie wandte mir den Rücken zu, sodass ich ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Ihr Kopf war leicht zur Seite geneigt, während sie stoisch unter der Straßenlaterne stand. Ich versuchte, das Radio auszuschalten, aber das Scheißteil reagierte nicht. Ich überlegte kurz. Dann lehnte ich mich aus dem Fenster und versuchte, die Frau anzusprechen. Langsam drehte sie sich um. Fettige, lange, zerzauste Haare verdeckten beinahe ihr ganzes Gesicht. Unter den dunklen Strähnen konnte ich allerdings schemenhaft erkennen, dass sie lächelte. Doch nach ein paar Schritten, die sie auf mich zumachte, veräppte ihr Grinsen. Dann beschleunigte sie ihr Tempo. Ich legte den Rückwärtsgang ein und raste die Straße hinunter, aber zu meinem Erstaunen und Entsetzen hielt die Frau mit dem Cutlass Schritt. Ihr Gesicht war nun von Wut verzerrt. Die Musik wurde unterdessen immer lauter. Ich rechnete fest, damit es mir gleich die Trommelfälle platzen würden, während ich weiter hinter mich schaute und versuchte, den Wagen aus der Straße rauszubekommen. Ich drehte mich hektisch wieder nach vorne und versuchte, die Frau zu erblicken, aber sie war verschwunden. Und nicht nur das. Ich fuhr gar nicht rückwärts. Mein Wagen bewegte sich keinen Millimeter. Er stand auch nicht am Ende der Sackgasse vor der flackernden Laterne. Nein, tatsächlich stand er immer noch am Anfang des Blocks. Nur, dass diesmal auf dem Schild 49th Street stand. Erschüttert, aufgebracht, ängstlich, verwirrt, was auch immer, fuhr ich langsam zu Hank zurück, um ein paar Antworten zu bekommen. Aber auch er war verschwunden. Ein 100-Dollar-Schein lag auf seinem Schreibtisch. Daneben lag ein Zettel auf dem Stand. Danke, Jüngchen. Ich steckte das Geld ein und fuhr zurück in das Motel. Dort angekommen, fiel ich fast augenblicklich in einen traumlosen Schlaf. Am nächsten Tag wachte ich auf, checkte aus dem Motel aus und machte mich auf den Weg nach Kalifornien. Ich zog noch ein paar Jahre umher, ehe ich erfuhr, dass ich Vater wurde. Seitdem verlief mein Leben in eigentlich ziemlich geregelten Bahnen. Aber in letzter Zeit habe ich immer mal wieder seltsame Ereignisse erlebt. Und zwar immer dann, wenn ich Auto gefahren bin. Ich ertappe mich immer mal wieder dabei, dass ich anscheinend falsch abbiege. Warum auch immer. Und auf einer Straße lande, die ich nicht kenne, obwohl ich die Stadt, in der ich nun schon seit Jahren lebe, eigentlich ziemlich gut kenne. Oder ich fahre auf mir eigentlich bekannten Straßen, die auf einmal nicht enden wollen. Immer wenn ich bemerke, dass etwas nicht stimmt, lande ich wieder am Ausgangspunkt und mein Auto ist dann meistens ausgeschaltet. Das ganze Prozedere kann manchmal Stunden dauern. Doch irgendwann schaffe ich es dann dennoch zu meinem Ziel. Mein Arzt hält das für ein frühes Anzeichen von Demenz. Mein Sohn und meine Tochter glauben das auch. Aber ich bin immer noch unglaublich klar im Kopf. Dennoch mache ich mir Sorgen, dass ich bald nicht mehr in der Lage sein werde, meine Enkelkinder von der Schule abzuholen. Aber das, was ich habe, ist keine Demenz. Es muss ein Fluch oder so etwas sein. Ein Fluch, den der alte Hank wahrscheinlich auf mich übertragen hat. Deshalb fahre ich dieses Wochenende wieder nach Madery, um nach der 50th Street zu suchen. Damals habe ich keine Antworten bekommen. Vielleicht finde ich ja jetzt welche. Wünscht mir Glück. Liminal Spaces Es wäre falsch zu behaupten, dass mir die Einsamkeit und die Stille der alten Bibliothek kein Unbehagen bereiteten. Ganz im Gegenteil. Ihre nach muffigen Holz riechenden, staubigen Wände, ihre eng beieinander stehenden, überfüllten Regale, deren rostige Schrauben mit den überlasteten Brettern eine unauflösliche Schicksalsgemeinschaft eingegangen waren und die tief hängenden Deckenlampen, deren gelbes Licht wie eine Dunstglocke über meinem Kopf hing, erweckten wortwörtlich den Eindruck, ein Portal in eine feindliche, unheilvolle Welt zu bilden. Doch auf gewisse Weise genoss ich die meditative Abgeschiedenheit dieses Ortes auch. Ja, ich glaubte sogar eine verdrehte Vertrautheit darin zu entdecken. Seit geraumer Zeit hatte ich Probleme, mich mit dem Trubel meiner gewohnten Welt, mit dem lauten, schrillen, hektischen und bunten Treiben darin, zu verbinden. Auch wenn ich mich gerne hinter all dem versteckte, mich manchmal in das alltägliche Leben einhüllte, wie in eine kratzige, aber wärmende Decke gelang es mir nicht mehr, mich in der Gesellschaft anderer wirklich wohlzufühlen. Seltsam. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich einmal so denken würde. Ich war ja noch kein alter Mann, kein graubärtiger, verschrobener Wissenschaftler, der sich im akademischen Elfenbeinturm eingemauert hatte, um dem Pöbel zu entgehen. Zumindest hatte ich mich bislang noch nicht als solchen betrachtet. Nächstes Jahr würde ich 40 Jahre alt werden. Damit wäre ich sicher nicht mehr jung, aber in der Rentnerrepublik Deutschland lag ich damit noch immer locker unter dem Altersdurchschnitt. Mein Alter war es also wohl nicht, welches mich in die Isolation getrieben hatte. Und es war auch keine Sozialphobie oder die Art von Misanthropie, die gesellschaftliche Außenseiter häufig und manchmal auch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen befiel. Ich war kein Außenseiter. Ich hatte eine feste Freundin, viele Freunde, war in einem Fußballverein aktiv und hatte mich bis vor wenigen Monaten noch munter auf diversen Partys herumgetrieben. Seit einigen Monaten jedoch und ganz besonders in den letzten Wochen war mir das alles zunehmend falsch vorgekommen. Wie ein fröhliches Balancieren über dem Abgrund. Wie ein Maskenball von entstellten Leprakranken, die den vielleicht letzten Tanz ihres Lebens tanzten. Oder ein Kind, welches sich mit der Bettdecke über den Kopf beruhigende Lieder vorsang, weil es in seinem Zimmer Schritte hörte, die eindeutig nicht von seinen Eltern stammten. Vielleicht, so dachte ich zumindest, hatten sich die letzten Tage von Weimar auch so angefühlt. Das meine ich natürlich nicht politisch. Für einen Soziologen befasste ich mich ohnehin erstaunlich wenig mit Tagespolitik. Und das Wenige, das ich davon mitbekam, erweckte in mir bislang nicht den Eindruck, dass hier in Deutschland eine neue Diktatur am Horizont heraufdämmerte. Es war etwas anderes. Tieferes und irgendwie schwer Greifbares, das mich beunruhigte. Ein beinahe metaphysisches Unbehagen, welches im krassen Gegensatz zu meiner gewohnten, kühlen Rationalität stand. Womöglich war dies auch der Grund, warum ich mich in den letzten Wochen wie ein Wahnsinniger auf ein Forschungsthema gestürzt hatte, welches eigentlich gar nichts mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun hatte und von dem ich nicht einmal wusste, ob es sich wirklich um ein Forschungsthema oder lediglich um eine obskure Obsession handelte. Es hatte harmlos angefangen, mit verschiedenen Puzzleteilern, die ineinander griffen, um schließlich genug von dem unbekannten Motiv zu offenbaren, damit meine Neugier geweckt wurde. Während ich an meinem Laptop gesessen hatte, mit Kaffee, Keksen und meiner unvollendeten Forschungsarbeit aus dem Bereich der Sportsoziologie, hatte ich mich auf der Suche nach Inspiration oder wohl eher Prokrastination, wenn ich ehrlich zu mir war, einmal mehr diversen Nachrichtenseiten gewidmet, ein wenig quergelesen und mich von Link zu Link treiben lassen. Dabei war mir aufgefallen, dass sich zwei Arten von Meldungen in letzter Zeit häuften. Jene über verschwundene Personen und jene über Menschen, die plötzlich und ohne medizinisch nachvollziehbaren Grund in einer Art Wachkoma gefallen waren. Ich hatte keine ernsthafte statistische Auswertung hierzu unternommen, weswegen dieser Eindruck im besten Fall anekdotische Evidenz und im schlechtesten kognitive Verzerrung war. Dennoch sagte mir mein Instinkt, welcher tiefer saß als die aufgepropfte Intelligenz meiner höheren Hirnfunktionen, dass mein Gefühl mich hier nicht trug. Schon damals, als ich von diesen Vorfällen das erste Mal gelesen hatte, hatten sie mich gleichermaßen fasziniert und beunruhigt. Aber mir hatte der Schlüssel gefehlt, um sie zu dekodieren. Dieser war mir erst einige Tage später in die Hände gefallen. Auf einem Blog für Horror und Mystery, einer Sparte des Internets, in der ich mich sonst eher nicht so regelmäßig herumtrieb, hatte ich von den sogenannten Liminal Spaces gelesen. Aus soziologischer Sicht war mir der Begriff Liminalität natürlich durchaus geläufig gewesen. In diesem Kontext stand dafür einen Übergangszustand, in dem sich Gesellschaften und Individuen im Verlauf von Revolutionen, Initiationsriten oder auch dem Prozess des Erwachsenenwerdens befinden. Ein haltloser, orientierungsloser Zustand, in dem das Alte unwiederbringlich verloren, aber das Neue angestrebte noch nicht existent war. Dieser Blog orientierte sich jedoch mehr an einer anderen, räumlichen Bedeutung des Wortes. Er beschrieb das ungute Gefühl, welches entstand, wenn öffentliche Orte oder solche, die allein dem Transit von einem Punkt zum anderen dienten, ihre Funktion oder ihren gewohnten Kontext verloren. Ein Treppenhaus oder ein Aufzug, in dem man länger verweilte als gewöhnlich. Ein leerer Flughafen. Eine Einkaufspassage, in der man sich in einer Sonntagsnacht ganz allein aufhielt, obwohl es hier eigentlich von Leuten wimmeln sollte. Ein sonst so betriebsames Bürogebäude, in dem sich nach Feierabend niemand mehr befand. Ein Möbelhaus, in welchem man sich nach Ladenschluss versteckt hielt und von dessen repetitiver, lebloser Kulisse, die den Eindruck von Wohnlichkeit lediglich halbherzig simulierte, man sich regelrecht erdrückt fühlte. Es war beinahe so, als würde man sich mit seinem Aufenthalt an diesen Plätzen gegen ein ungeschriebenes Gesetz versündigen, als würde man den Zweck dieser Orte pervertieren und für sein verwerfliches Handeln mit einem unangenehmen, beklemmenden Gefühl bestraft werden. Ja, je länger man dort blieb, desto mehr drängte sich einem sogar der Gedanke auf, man sei in eine kleine, parallele Realitätsblase eingetaucht, die sich nach und nach von der sie umgebenden Wirklichkeit abschnüren und einen zu ihrem Gefangenen machen, oder schlimmer noch, einen in eine ganz neue Wirklichkeit katapultieren könnte. Dieser Gedanke faszinierte mich, und das, obwohl oder gerade weil er mich so sehr ängstigte. Er dockte an eine Fremdheit, eine Uneinigkeit mit der Wirklichkeit an, die ich schon in meiner Kindheit verspürt hatte und die sich seitdem nur noch verstärkt hatte, auch wenn ich sie bislang mit dem, was man Leben nennt, erfolgreich überspielt hatte. War das nur ein subjektiver Eindruck, ein Auswuchs meiner blühenden Fantasie, oder steckte mehr dahinter? War der unheilvolle Sog dieser Liminal Spaces in den letzten Jahren, Monaten und Wochen beständig stärker geworden? So stark vielleicht, dass er Menschen tatsächlich körperlich oder zumindest geistig von dieser Realitätsebene entführen konnte? Waren all die Verschwundenen und die wachkomatösen Opfer von unsichtbaren Richtern, die nun zu härteren Strafen als bloßem Unwohlsein griffen, wenn ihre ehrenen, ungeschriebenen Gesetze gebrochen wurden, verklagt wurden? Der Wunsch, genau dies herauszufinden, wurde in mir immer übermächtiger. Deshalb fing ich schließlich an, Nachforschungen zu den vermissten Fällen und den bedauernswerten Wachkoma-Patienten anzustellen. Ich sog alles in mich auf, was man im Netz dazu finden konnte, recherchierte in den Krankenhäusern und Heimen, in denen die Patienten untergebracht waren, gab mich bei ihren Familien als Journalist oder Buchautor aus, was ja zumindest nicht so weit von der Wahrheit entfernt lag, und erntete neben vielen bösen Worten, Ablehnung und unschönen Rauswürfen auch einige wertvolle Informationen. Tatsächlich hatten sich die meisten der Geschädigten an einsamen Orten aufgehalten und waren auch dort aufgefunden worden, nachdem sie zu stumpf dahin vegetierenden Hüllen ihrer selbst geworden waren. Und selbst wenn nicht, waren sie zumindest in Gebäuden aufgelesen worden, in denen es weitläufige Treppenhäuser oder dergleichen gab. Zudem fand ich heraus, dass die von den Medien gewählte Bezeichnung Wachkoma den Zustand der Unglücklichen nicht unbedingt Treffen beschrieb. Zwar reagierten diese Personen nicht auf Ansprache, waren vollkommen inaktiv und reglos, wenn man von grundlegenden Reflexen einmal absah, und zeigten keinerlei Antrieb, aber sie wiesen offenbar keine sichtbaren Hirnschäden auf, weswegen die Mediziner ihren Zustand vielmehr als katatonisch beschrieben. Auch ließ sich keine eindeutige körperliche oder psychische Ursache für ihr Leiden identifizieren. Die meisten der Betroffenen waren zuvor sogar in einem äußerst guten physischen und seelischen Zustand gewesen, wenn man den Aussagen ihrer Angehörigen in dieser Hinsicht vertraute. Auch die Vermissten waren oft zu entlegenen Orten unterwegs gewesen oder waren vor ihrem Verschwinden dort gesehen worden. Jedoch waren dies zumeist Ruinen, alte, lange, verfallene und von Schimmel und Fäulnis heimgesuchte Bauwerke gewesen. Die geistig Verschollenen hingegen waren zumeist eher von Orten angezogen worden, aus denen das Leben erst kürzlich oder nur temporär gewichen war. Deshalb vermutete ich, dass es sich bei diesen Ereignissen um ähnlich geartete, aber dennoch nicht identische Phänomene handelte. Jedenfalls drängte sich immer stärker die These auf, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Vorfällen und einem externen Faktor wie etwa dem Phänomen der Liminal Spaces gab. Dies, so viel war mir klar, musste das nächste Ziel für meine Nachforschungen sein. Also fertigte ich eine Liste von Orten an, bei denen dieses Phänomen auftreten könnte und suchte sie gezielt und stets allein auf, wann immer ich die Möglichkeit dazu hatte. Meistens bevorzugte ich dafür natürlich Örtlichkeiten, für deren Besuch ich keine Gesetze verletzen musste. Aber als meine Faszination sich verstärkte, begann mir das zunehmend egal zu werden. Dennoch beschaffte ich mir in den Fällen, in denen ich eine Anklage wegen Hausfriedensbruch oder Einbruch riskierte, natürlich alle verfügbaren Informationen über meinen Zielort. Ich beobachtete ihn akribisch und entwarf Strategien, um die Gefahr einer Entdeckung so weit wie möglich zu minimieren. Einmal an einer meiner Zielorte angekommen, vertiefte ich mich in ihm, versuchte diesem rätselhaften Gefühl nachzuspüren, machte mir Notizen, fertigte Aufnahmen an und führte Experimente durch, wenn man es so nennen will. In den ersten Minuten meines Aufenthalts nahm ich dabei für gewöhnlich nichts weiter wahr, als die mir schon seit langem wohlbekannte Beklemmung und bei manchen der Gebäude und Plätze, die ich besuchte, änderte sich daran selbst nach mehreren Stunden nichts. Bei den meisten Orten jedoch begann mein Aufenthalt bereits nach recht kurzer Zeit sehr unangenehm zu werden. Ja, es wurde zu einem seelischen und auch beinahe schon körperlichen Kraftakt, dort noch länger zu verweilen. Dennoch testete ich meine Grenzen immer weiter aus. Ich blieb erst für zehn Minuten, dann für 15, und wenn meine Auswahl gut gewesen war, begann sich nach etwa 20 Minuten das beklemmende Gefühl umzukehren. Aus Angst und Abscheu wurde eine hypnotische, euphorische Faszination, der zugleich etwas Schmutziges, Krankhaftes anhaftete, der ich mich jedoch immer schwerer entziehen konnte. Nach und nach begannen sich jetzt auch Dinge zu ereignen, die sich nicht mehr allein in meiner Innenwelt abspielten. Flure begannen länger oder kürzer zu werden, Wände schoben sich leicht von mir weg oder auf mich zu. Fremdartige, zumeist unangenehme, feuchte oder sogar verdorbene Gerüche entstanden wie aus dem Nichts. Treppen, die eigentlich ins Erdgeschoss führen sollten, führten plötzlich so grotesk, steil nach oben, dass man sie nur kletternd würde ersteigen können. Türen, Mülleimer oder sogar Böden begannen weich oder durchscheinend zu werden, und selbst in enge, nicht sonderlich großen Treppenhäusern hörte ich hallende Echos von Schritten oder fallenden Objekten, die von ihrem Klang her an gewaltige Lagerhallen erinnerten. Wenn ich mich jedoch in ebensolchen Hallen befand, so begann dort die ohnehin hohe Decke manchmal gänzlich zu verschwinden oder sich zumindest bis fast in die Unendlichkeit hinein zu verschieben. Einmal, ich war fast eine ganze Stunde geblieben, führte der Seitenausgang eines Parkhauses, in dessen Treppenhaus ich mich aufgehalten hatte, nicht wie gewohnt zur ausgestorbenen Fußgängerzone meiner Stadt, sondern mitten hinein in das verlassene, autofreie Parkdeck. Das Gefühl der Panik, welches mich zu diesem Zeitpunkt erfüllt hatte, lässt sich kaum beschreiben. Es wird wahrscheinlich das Schlimmste gewesen sein, was ich in meinem bisherigen Leben empfunden hatte. Zugleich war es jedoch auch das Außergewöhnlichste und Faszinierendste, und so mischte sich in die große Erleichterung, die mich durchströmte, als die Tür beim zweiten Versuch tatsächlich hinaus in die nächtliche Einkaufsstraße führte, auch eine gewisse Enttäuschung. Was mich ebenfalls beunruhigte, auch wenn es mir zugleich entgegenkam, war der Umstand, dass ich, selbst wenn ich mich illegalerweise auf ein Firmengelände schlich oder mich über Nacht in der Eingangshalle von Bürogebäuden oder in Läden versteckte, nie von Mitarbeitern, dem Sicherheitsdienst oder der Polizei aufgegriffen wurde. Es war fast so, als wäre ich für alle anderen nicht existent. So erzählten die Sicherheitskameras und die Blicke der anderen Menschen mich deshalb nicht erfasst, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt schon ganz woanders befunden hatte. Nicht weniger bemerkenswert war, dass die Veränderungen des Raumes und auch die ungewöhnlichen akustischen Phänomene zwar durchaus von meiner Handykamera aufgezeichnet wurden, jedoch sofort aus den gespeicherten Videos verschwanden, sobald ich mich wieder auf den Heimweg machte und den Einflussbereich meines Zielortes verließ. Es waren aber nicht diese zweifelsohne beunruhigenden Mysterien, sondern vor allem dieses letzte Erlebnis im Parkhaus, welches mich dazu brachte, meine Forschungsaktivitäten auf Eis zu legen. Es war, als wäre ich endlich aus einem langen Fiebertraum erwacht und als ich in dieser Nacht in meine Wohnung zurückkehrte, die mir in ihrer Einsamkeit selbst fast wie einer dieser verhängnisvollen Orte erschien, stellte ich fest, dass ich schon zu lange geträumt hatte. Im Badezimmerspiegel, dem ich so lange keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, sah ich einen ungepflegten, ausgemergelten Mann mit eingefallenen Wangen, schlechten Zähnen, schwarzen Augenringen, gehetztem, nervösem Blick, fettigen Haaren und einer sichtbaren Müdigkeit, die über bloßen Schlafmangel weit hinausging. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel von meiner Freundin Nadine, die ich in den letzten Wochen so vollkommen ignoriert haben musste, dass ich mich, wenn ich so darüber nachdachte, nicht an einen einzigen Wortwechsel mit ihr erinnern konnte. Wahrscheinlich war ich die letzten Wochen wie ein schweigsamer Schatten an ihr vorbeigerauscht oder hatte mich in meinem Arbeitszimmer vergraben, ohne etwas von ihren Kommunikationsversuchen mitzubekommen. Wie gesagt, erinnern konnte ich mich daran aus irgendeinem Grund nicht, aber der Inhalt ihres wütend hingekritzelten Zettels, der erst kürzlich, aber auch schon vor ein paar Tagen entstanden sein mochte, bestätigte meine Vermutungen. Sie hatte mir genau dieses Verhalten zum Vorwurf gemacht und letztlich einen, wie sie betonte, endgültigen Schlussstrich gezogen, weil sie keinen Kerl brauchte, der sich selbst und sein Umfeld derart vernachlässigte und vor allem seine angeblich so geliebte Partnerin wie Luft behandelte. Meine Obsession, meine abstoßende Erscheinung, meine nächtlichen Streifzüge und vor allem mein Verhalten hatten sie offenbar dazu getrieben, diesen Schritt zu gehen. Niedergeschlagen und mit einem nervösen Gefühl im Bauch schaltete ich mein Handy ein, welches sich schon lange im Flugmodus befunden hatte, damit es mich nicht bei meinen Experimenten störte und welches sich eigentlich nur noch als Kamera und Uhr gebraucht hatte und deaktivierte den Flugmodus. Als ich daraufhin dem Display zum ersten Mal seit langer Zeit wieder meine ernsthafte Aufmerksamkeit widmete, bemerkte ich auch, dass ich unzählige SMS, WhatsApp-Nachrichten anrufe und E-Mails von Nadine, diversen Freunden, Vereinskollegen, aber auch Kollegen von der Universität bekommen hatte. Der Inhalt der meisten Nachrichten rangierte zwischen besorgt und verärgert. An diesem Punkt wurde mir klar, dass dies vielleicht die letzte Chance sein könnte, mein vernachlässigtes Leben aufzuräumen und ins Lot zu bringen. Vielleicht könnte ich dann sogar doch noch Nadine zurückgewinnen, wenn ich auf meinen krankhaften psychischen Zustand verwies, was ja auch nicht vollkommen gelogen sein würde, und ihr versprach, eine Therapie zu beginnen. Auch die tief verwurzelte Angst, genährt aus den Erfahrungen dieser Nacht, die nun zu einem festen Teil von mir geworden war, riet mir dazu, diese unseligen Forschungen hinter mir zu lassen und zur Normalität zurückzukehren. Das Problem war nur, ich konnte es nicht. Einige Wochen lang hatte ich es ernsthaft versucht. Ich hatte mir ein paar Halbwahrheiten aus dem Ärmel geschüttelt, etwas von Stress und Burnout erzählt und wieder halbwegs den Kontakt zu meinen Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen aufgenommen. Ich ging wieder zum Training und in die Universität. Sogar für meine eigentliche Forschungsarbeit über die antagonistische Gruppenbildung in der Fankultur hatte ich wieder ein paar Zeilen verfasst, während ich die Einsamkeit nach Möglichkeit mied, durch jedes Treppenhaus förmlich hindurch hetzte und es vor allem vermied, mich dem unseligen Parkhaus zu nähern, wofür ich sogar lange Fußwege und die ein oder andere ausgedehnte Parkplatzsuche gerne in Kauf nahm. Davon abgesehen schien aber alles wieder einigermaßen normal zu laufen, auch wenn Nadine nach wie vor nichts von mir wissen wollte. Aber schon bald realisierte ich, dass das nicht stimmte. Grund dafür war nicht alleine meine langsam wieder erwachende wissenschaftliche Neugier und Obsession, auch wenn diese sicher eine Rolle spielte. Der eigentliche Grund war vielmehr, dass ich bemerkt hatte, dass die Hülle des Lebens, in das ich vor kurzem vielleicht noch hätte zurückkehren können, bereits angefangen hatte zu faulen. Ja, ich fühlte mich wie ein Seelenreisender aus irgendeinem kranken Fantasy-Film, der seinen Körper so lange verlassen hatte, dass er nur noch eine stinkende, verrottete Leiche antraf, als er versuchte, wieder in ihn hineinzuschlüpfen. Alles, mein Auto, mit dem ich hergefahren war, die Stadt, in der ich lebte, ja sogar die Wohnung, in der ich viele Jahre meines Lebens verbracht hatte, fühlte sich inzwischen selbst an wie ein Liminal Space. Die hohen Wände der Sporthalle, in der ich trainierte, schiene mich zu schlucken, ganz besonders aber nicht nur, wenn ich dort alleine war. Die an sich so vertrauten Gänge und Flure der Universität kamen mir immer fremder und steriler vor, und ich war oft der festen Überzeugung, dass mich die nächste Biegung an einen unbekannten Ort führen würde, auch wenn dies nie geschah. Selbst in der belebten Fußgängerzone am helllichten Tag und inmitten von Menschen fühlte ich mich lediglich umgeben von Illusionen, denen von realen Menschen, projizierten Erinnerungen Verstorbener, die mir den Anschein von Gesellschaft vorzugaukeln versuchten. Ich denke, damals im Parkhaus, vielleicht aber schon davor, bin ich einfach etwas zu lange geblieben. Nicht lange genug, um meine Alltagswelt vollständig zu verlassen, aber lange genug, damit ein Tropfen der gefräßiger werdenden Leere, die hinter dem wohnt, was wir Realität nennen, in mich hineinsickern konnte. Heute Abend, drei Wochen nach meinem Besuch im Parkhaus, war ich zu dem Schluss gekommen, dass mich diese Leere nicht weiter loslassen würde und dass es nur einen Weg für mich geben konnte. Den Weg nach vorne, ganz gleich, wohin er mich auch führen und welche kranken und befremdlichen Biegungen er auch nehmen würde. Ich hatte endlich den Mut gefunden, meinen warnenden Instinkt, meine urtümliche Angst so weit niederzukämpfen, dass ich diesen Schritt gehen konnte. Ich wusste nun ohne jeden Zweifel, dass ich meinen begonnenen Pfad fortsetzen musste. Doch ich habe es trotzdem nicht gewagt, mich erneut dem verfluchten Parkhaus zu stellen. Das war natürlich albern und wenig mehr als ein psychologischer Taschenspielertrick, aber mein traumatisierter Verstand stellte mir nun mal diese Bedingung und so ging ich darauf ein. Deshalb habe ich stattdessen diese Bibliothek hier ausgewählt, die schon lange kaum noch Besucher anzog und deren Schließung nach dem, was man so hörte, unmittelbar bevorstand. Sie sollte mein Tor in jene andere Welt werden, in die, wie ich nun zu wissen glaube, so viele vor mir schon entschwunden waren. Dieses Gebäude war höchstwahrscheinlich einsam und unheimlich genug, damit mein Vorhaben funktionieren konnte. Dennoch gab es hier mit den Büchern ein vertrautes Element, welches ausreichen sollte, mein verängstigtes Gehirn mit genügend falschen Sicherheitsempfinden zu versorgen, um die ersten unangenehmen Minuten zu überstehen. Leider ging meine Rechnung in dieser Hinsicht nicht ganz auf. Mein Fluchttrieb war bereits nach ein paar Minuten so stark und drängend geworden, dass ich kurz davor gestanden hatte, mein Vorhaben abzubrechen. Aber ich hatte noch einen Trumpf, einen kleinen Trick, der mein Bewusstsein beschäftigt halten würde, während dieser Ort hier seine finstere Magie entfalten konnte. Dies hier niederzuschreiben. Es ist lange her, dass ich zuletzt auf die Uhr meines Smartphones geblickt hatte. Vielleicht 15 Minuten, vielleicht 20 oder auch noch länger. In jedem Fall ist inzwischen genügend Zeit verstrichen, das spüre ich. Ich blicke von meinem Laptop auf. Der Raum hat sich gründlich verändert. Einige der Regale vor mir sind weiter von mir weggerückt. Die Decke ist höher geworden. Die Bücher sind noch da, jedoch sind die Titel auf dem Bücherrücken allesamt verschwunden, so als hätte sie eine unsichtbare Hand weggewischt. Die Luft ist jetzt kälter und feuchter als zuvor. Die Schatten wirken tiefer und gieriger. Ich drehe mich um. Die Regale hinter mir sind allesamt verschwunden. Ich sehe stattdessen eine weitläufige, sicher 100 Meter lange leere Fläche mit nichts weiter als grauen, klammen Teppichboden, der mich entfernt an eine trostlose, verfaulte Wiese erinnert, auf der ein giftiger Pilz alles andere Leben erstickt hat. Am Ende dieser Fläche in der fernen Wand sind drei weitere Türen erschienen. Die zerkratzte Toilettentür, die sich dort vor kurzem noch befunden hatte, ist hingegen verschwunden. Von irgendwoher höre ich plötzlich ein reißendes, peitschendes Geräusch. Kurz erschrecke ich, frage mich, woher es stammen könnte und sehe sogar für den Bruchteil einer Sekunde Bilder von widerlichen, dürren Geschöpfen mit strähnigen Haaren in meiner Vorstellung aufblitzen. Schnell jedoch wird mir bewusst, dass kein Monster dieses Geräusch verursacht hat. Es war etwas viel Schlimmeres, Mächtigeres gewesen. Was ich gerade gehört hatte, dessen bin ich mir auch ohne eindeutige Beweise sicher, war die endgültige, gewaltsame Loslösung dieses Ortes, dieser verlassenen, abgeschiedenen Raumblase, von der sie umgebenden Wirklichkeit gewesen. Irgendwo in einer nun unerreichbaren Version dieses Ortes sitzt mein entseelter, katatonischer Körper vor wirren Aufzeichnungen, deren Inhalt jeder vernünftige Mensch für das Gekritzel eines Wahnsinnigen halten wird. Für die letzten unkontrollierten Zuckungen eines sterbenden Verstandes, der kurz darauf endgültig aufgegeben hatte. Die Hoffnung, dass meine Forschungen dazu führen werden, meine Mitmenschen vor der gieriger werdenden Lehre zu warnen, hege ich kaum. Der Mensch ist von Natur aus darauf gepolt, das Störende auszublenden und alles zu ignorieren, was das Potenzial besitzt, seine Komfortzone und die eng gesteckten Grenzen seines Alltagsverstandes zu bedrohen. Und im Grunde braucht mich all dies nun auch nicht mehr zu kümmern. So zu denken ist hart und egoistisch, wenn man die Maßstäbe anlegt, die für zu Recht gewöhnliche Menschen gelten. Aber ich bin, seit der Berührung der Liminal Spaces, kein gewöhnlicher Mensch mehr. Und meine einstigen Mitmenschen würden durch mein Mitleid rein gar nichts gewinnen. Nein, es bringt nichts mehr zurückzublicken, weder auf meine Vergangenheit noch auf das hypothetische Schicksal von Nadine, von meinen Freunden und Kollegen. Ich habe meinen Weg längst gewählt und werde wahrscheinlich nie mehr in meine ursprüngliche Wirklichkeit zurückkehren können. Hier, in der lieblosen Umarmung dieser leeren und stillen Ebene zwischen endlosen Fluren und vergessenen Wänden, liegt nun meine neue und womöglich ewige Heimat. Das sagen mir nicht alleine das ätherische Reisen und die veränderte Umgebung, sondern auch die neue Aufschrift über der nach wie vor vorhandenen Eingangstür. Bibliothek von Alt Endheim steht dort in einer altmodischen Schrift geschrieben. Ich kann beileibe nicht behaupten, dass mir der Klang dieser Worte gefällt oder dass ich sonderlich scharf darauf wäre, in die Dunkelheit und Fremdartigkeit dieser beängstigenden Parallelwelt einzutauchen. Im Gegenteil. Schon alleine der Gedanke an das saugende, lauernde Nichts, welches dort auf mich wartet, widert mich an. Aber ich bin zuallererst ein Wissenschaftler und Forscher und als solcher ist es meine Pflicht, meine Zeit und Lebenskraft der Erkundung des Fremden und Unbekannten zu widmen, nicht dem Genuss des Vertrauten und Angenehmen. Untertitelung des ZDF, Mr. McAnderson verbot mir, in seinen Keller zu gehen. Sehr geehrter Mr. Hobbs, ich gehe davon aus, dass Sie in Kenntnis über meinen Aufenthalt im Oak Lake Sanatorium sind und wissen, welche unaussprechliche Dinge mir vorgeworfen werden. Wie dem auch sei, ich muss mich beeilen, denn ich habe nicht viel Zeit. In einer Stunde werden die Pfleger und Krankenschwestern zu mir kommen, meinen Ausgang im Garten des Sanatoriums für beendet erklären und die Aufzeichnungen, die ich gerade zu Papier bringe, vermutlich entsorgen oder wie Sie es nennen, für therapeutische Zwecke den für mich zuständigen Psychiatern und Psychologen zukommen lassen. Es wäre nicht das erste Mal. Mindestens ein Dutzend Mal schon habe ich die Ereignisse jenes Tages im Juni 1912, diese furchtbaren schrecklichen Minuten, aufgeschrieben. In der Hoffnung, man möge mich ernst nehmen, mir und meinen Aussagen auch nur in kleinster Weise ein wenig Glauben schenken und versuchen, den Dingen neutral und unvoreingenommen auf den Grund zu gehen. Am heutigen Tage, im Januar 1913, besteht endlich die Chance, dass meine Aufzeichnungen diese schier undurchdringlichen Mauern verlassen und meine Stimme Gehör findet. Es wird wahrscheinlich das erste und einzige Mal sein, dass sich eine solche Gelegenheit bietet. Wenn es Nacht wird im Sanatorium, bringen uns die Schwestern und Pfleger noch einen Krug Wasser und eine Kleinigkeit zu essen in die Zelle, bevor sie nach Hause gehen. Nachts werden ich und die anderen Insassen, das Wort Patient, wäre eine verhöhnende Schönmalerei, in eben diesen bis zum nächsten Morgen eingeschlossen. Und es kommt ein Wachmann, welcher mit Schlagstock und Taschenlampe den langen Zellenflur bewacht, bis frühmorgens das Pflegepersonal wieder zur Arbeit erscheint. Der Wachmann der kommenden Nacht ist der Schlüssel zum Erfolg meines Plans. Trotz der Ausführlichkeit des Berichtes, den Sie gerade lesen, und den mitunter recht detaillierten Beschreibungen, die ich für die Authentizität meiner Aussagen und das erneute Aufrollen meines Falles für sehr wichtig empfinde und ebenso als Beleg dafür, dass ich entgegen aller Atteste und gestellten Diagnosen kein gewalttätiger Phantast bin, werde ich den Namen des Wachmanns nicht nennen. Aus dem einfachen Grund, seine Identität zu schützen und ihn vor negativen Konsequenzen zu bewahren, falls mein Plan aufgeht. Auch deswegen nenne ich nicht das genaue Datum des heutigen Tages. Zudem wechseln die Wachmänner alle drei Nächte, was mein Komplize mir bestätigte und ich in den Monaten der Gefangenschaft hier auch schon selbst recht schnell herausfand. Bevor ich es vergesse, möchte ich hier noch einmal dem namenlosen Wachmann meinen tiefsten Dank aussprechen, vorausgesetzt er hält sein Versprechen und fällt mir nicht in den Rücken. Wie ich ihn für mich gewinnen konnte? Nun ja, Bestechung natürlich. Belassen wir es dabei. Gleich, Mr. Hobbs, wenn ich den Bericht fertig geschrieben habe, verstaue ich die gebündelten Blätter in einer Spalte in der kleinen Schiefermauer, die den kleinen Teich im Garten des Sanatoriums vom Rest abgrenzt. Hoffend, dass mich niemand dabei beobachtet und die Zeilen von niemand anderem gefunden werden, außer dem namenlosen Wachmann, der sie spät in der kommenden Nacht an sich nehmen und sie ein paar Tage später in einem ebenso unbeobachteten Moment in ihrem Briefkasten legen wird. Die genaue Anzahl der Tage verschweige ich auch. Das dient auch zu seinem Schutz. Nun denn, im Folgenden beschreibe ich, was sich wirklich am 30. Juni 1912 im Anwesen des Eugene McAnderson zugetragen hat. Ich versichere Ihnen, dass alle Aussagen, die ich in diesem Schreiben bisher tat und tätigen werde, voll und ganz der Wahrheit entsprechen. So wahr mir Gott helfe. Mr. McAnderson war ein nicht allzu gesprächiger Mann von etwa 55 bis 60 Jahren. Verwitwet, wie er es mir bei unserem ersten Gespräch flüchtig mit einem Anflug von unterdrückter, aber deutlich spürbarer Verbitterung mitteilte. Kinder hatte er auch keine. Zumindest hatte er nie derartiges erwähnt. Und auch im Haus befanden sich zwischen den nicht wenigen Fotografien von besonderen oder auch alltäglichen Ereignissen aus Mr. McAndersons Leben keine, auf denen man potenzielle Abkömmlinge, etwa mit ähnlicher Mimik oder Statur, hätte ausmachen können. Danach zu fragen kam mir auch nie in den Sinn, allein aus Höflichkeit. Nun ist es auch völlig egal, denn ich werde nie wieder einen Fuß in dieses Haus oder auch nur in die Nähe seines Grundstücks setzen, selbst wenn man mir einen kalten Pistolenlauf in den Nacken drückte. Ich täte es nicht. Lieber würde ich sterben als dem unvorstellbaren Grauen, das ich dort sah, noch einmal zu begegnen. Die Annonce fand ich im Oak Lake Advertiser, der kleinen Lokalzeitung unserer Gemeinde. Mr. McAnderson suchte auf diesem Wege eine Haushälterin, die in den letzten beiden Juni-Wochen 1912 das Haus sauber hielt, den Garten pflegte und mindestens dreimal täglich für 30 Minuten die beiden deutschen Doggen ausführt. Für 15 Dollar pro Woche. Gutes Geld, dachte ich mir. Da ich sowieso gerade Ferien hatte und Sohn einer Lehrerin und eines Mechanikers bin und somit das Geld gut gebrauchen konnte, wollte ich es versuchen. Meine Eltern sind ja, soweit es mir mitgeteilt wurde, kurz nach dem Vorfall zurück in unsere Heimat an die Ostküste gezogen, weswegen Sie, Mr. Hobbs, mein alter, leider viel zu früh pensionierter Englischlehrer, mir als letzte Person in Oak Lake bleiben, an den ich mich Hilfe suchen wenden kann, falls Sie nicht auch schon, wie viele andere, aufgrund der gegen mich erhobenen Anschuldigungen, über mich geurteilt haben. Ich schweife ab, Verzeihung. So ging ich nun noch am selben Tag zu Mr. McAnderson und stellte mich vor. Es störte ihn gar nicht, dass ich ein junger Mann war und keine Frau. Er bat mich zu sich herein und alles ging recht schnell vonstatten. Mit seinen beiden Doggen, Mickey und Susie, kam ich sofort gut zurecht, was, wie Mr. McAnderson sagte, so ziemlich das einzige Einstellungskriterium war. Also machten wir die Abmachung dingfest. Er setzte sogar einen formellen Vertrag auf und ich musste noch einmal zurück nach Hause gehen, um die Unterschrift meines Vaters einzuholen, da ich noch keine 21 Jahre alt war. Nachdem alles geregelt war, schenkte er mir eine Tasse Tee ein und wir unterhielten uns ein wenig. Dort erwähnte er auch nebenbei, wie bereits beschrieben, den Tod seiner Frau. Zwei Tage später ging es los. Ich erschien wie verabredet um 8 Uhr morgens vor Mr. McAndersons Haus und er bat mich herein. Er müsse geschäftlich nach Vancouver reisen, sagte er. Dabei trug er auch schon einen feinen schwarzen Anzug und einen Zylinder. Den ausgeprägten, schon ergrauten Schnurrbart hatte er gestutzt und gepflegt. Sein derzeitiges Äußeres passte nicht wirklich zu seinem insgesamt gemütlichen, doch eher bescheidenen Haus. Ich sah aus dem Fenster und sah eine Droschka anfahren, die ihm zum nächstgelegenen Bahnhof bringen würde, wie er mir sagte. Als er seine Koffer schon alle vor der Tür stehen hatte, wandte sich Mr. McAnderson ein letztes Mal an mich. Er zählte ein letztes Mal alle zu erledigenden Aufgaben auf, gab mir einen großen Schlüsselbund mit allen nötigen Schlüsseln und war gerade im Begriff, die Tür zu öffnen, als er mich fest am Oberarm packte, mir tief in die Augen sah, kurz innehielt und dann langsam, aber bedrohlich sagte, »Geh unter keinen Umständen in den Keller.« Ich war einige Momente sprachlos, »Aber«, versuchte ich zu antworten, »unter keinen Umständen«, zischte Mr. McAnderson jetzt scharf, »Alles, was du brauchst, findest du in dem Speicher und in der Speisekammer, wie ich es dir gezeigt habe?« Er lächelte, grinste fast. Dann sah er mir erneut ernst in die Augen, öffnete dann die Tür und verschwand. Im Rausgehen sagte er noch, »Und pass mir schön auf meine beiden Damen auf.« Micky und Susi bellten zum Abschied. Ich dachte mir, ehrlich gesagt, nicht wirklich etwas dabei. Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre. Und ich konnte es verstehen, dass Mr. McAnderson nicht jedem Fremden willkürlich Zugang zu allen seinen Wohnräumen gestatten wollte. Sein Arbeitszimmer durfte ich ja auch nicht betreten. Völlig verständlich natürlich. Dort bewahrten die meisten Menschen ihre wichtigsten Dokumente und Wertsachen auf. Ja, hatten vielleicht sogar einen Tresor in der Wand verbaut. Nun begann also meine Arbeit. Die Tage vergingen unspektakulär. Ich hatte sogar recht Freude an meiner Arbeit. Vor allem die beiden Hunde hatte ich schon recht schnell ins Herz geschlossen und sie mich vermutlich auch. Trotz ihrer respekt-einflößenden Größe hatten sie beide einen sehr freundlichen Charakter. Im Garten gab es auch nicht sonderlich viel zu tun. Es scheint, als habe Mr. McAnderson bereits vor mir einen Gärtner gehabt. Oder er hat selbst regelmäßig den Rasen und die Hecken bestutzt. Wie gesagt, alles verlief ruhig. Bis zu dem Tag, an dem Mr. McAnderson planmäßig von seiner Reise zurückkommen sollte. Ich schwöre bei Gott, nicht einmal war ich in irgendeiner Art neugierig gewesen und habe in seinen privaten Sachen herumgewühlt. Doch an diesem 30. Juni 1912 wurde meine Neugier geweckt. Zu Recht, wie sie mir zugestehen müssen in Anbetracht der Dinge, die sich unmittelbar vor der Katastrophe abspielten. Es war schon spät am Abend, vermutlich zwischen 11 Uhr und halb zwölf. Ich war noch eine große Runde mit den Hunden spazieren gewesen und rechnete eigentlich damit, Mr. McAnderson bei meiner Rückkehr zum Anwesen anzutreffen. Doch von ihm war noch keine Spur zu sehen. Im Nachhinein muss ich gestehen, dass ich ab diesem Moment schon ein unbeschreibliches, in mir aufkeimendes, ungutes Gefühl hatte, was sich jedoch nur sehr unterschwellig vernehmen ließ. Vielleicht schob ich es damals auf die Tatsache, dass es draußen langsam stürmisch wurde und ein sommerliches Gewitter aufzog. Aber ich hätte einfach nach Hause gehen sollen. Wäre ich doch einfach nach Hause gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es zuerst bemerkt hatte. Ob ich oder die Hunde. Zumindest bewegten wir drei uns fast in gleich langsamem Tempo in Richtung der Tür in der Esszimmerwand, hinter welcher die Treppe zum Keller hinunterführen musste. Auch die Hunde schlichen, was mir damals hätte eigentlich schon höchst alarmierend vorkommen sollen. Denn Hunde, die etwas Wittern oder etwas Feindseliges bemerken, verhalten sich meiner Kenntnis nach doch meist laut und bedrohlich. Es wirkte nicht so, als ob sie ängstlich waren, aber dennoch sehr aufmerksam und leicht vorsichtig. Ich kam in der Küche an. Die Hunde legten sich vor die Tür und schienen sich wieder beruhigt zu haben. Ich rief sie. Doch keiner von beiden wollte sich zu mir bewegen bzw. sich von der Kellertür entfernen. Draußen regnete und stürmte es mittlerweile stark. Am Horizont leuchteten hier und da die ersten Blitze auf. Da hörte ich es auf einmal. Das Poltern im Keller. Die Geräusche verteilten sich im gesamten Keller, der direkt unter dem Esszimmer lag. In einem Tempo, das mir eigentlich viel zu schnell hätte vorkommen sollen. Als ob ein Kugelblitz mit atemberaubender Geschwindigkeit im Keller umhere eilt. Von der einen Wand zur nächsten, von einer Ecke zur anderen. Plötzlich schlug etwas von unten an die Decke. Ein dumpfer Knall heilte laut durch das Esszimmer und ich konnte die Erschütterung genau unter meinen Füßen spüren. Micky fing laut an zu bellen und war gar nicht mehr zu beruhigen, egal wie laut ich schrie. Als ich sie am Halsband packen und wegziehen wollte, begann sie zähneflätschen mich anzuknurren, widmete sich jedoch sofort wieder der Kellertür, als ich sie losließ. Susi hingegen hatte sich unter dem Esstisch verkrochen, wimmernd, mit eingezogenem Schwanz. Es war eine fürchterliche Geräuschkulisse. Das mittlerweile direkt über uns wütende Gewitter und das Bellen und Wimmern der Hunde. Naiv wie ich war, ging ich davon aus, dass es sich um ein verirrtes Tier handelte, welches keinen Weg aus dem Keller fand und durch das Gewitter, ebenso wie Micky, in höchste Erregbarkeit versetzt wurde. Waschbären waren keine Seltenheit in den Wäldern und Wiesen rund um unsere kleine Gemeinde. Also Schluss folgerte ich, fatalerweise dementsprechend. Mir kam noch nicht einmal die Idee, dass es auch ein Einbrecher sein könnte. Rückblickend weiß ich nicht mehr, wieso ich auf diese törichte Idee kam. Wollte ich Mr. McAniston beeindrucken? War es mein jugendlicher Leichtsinn? Nein, ich weiß nur eins. Es war der schlimmste Fehler meines Lebens. Ich sah, dass die Tür zusätzlich mit zwei schweren Querbalken aus Holz und einer mittelstarken Eisenkette verschlossen war. Ohne groß nachzudenken, lief ich aus dem Haus, dann nach links, sprang über die kleine Hecke in den Garten und rannte zielstrebig in Richtung des kleinen Holzhäuschens, in dem sich neben diversem alten Metallschrott, den Mr. McAnderson dort lagerte, auch einige Werkzeuge befanden. Von Blitz und Donner begleitet stand ich im kalten Regen und suchte nervös den passenden Schlüssel am großen Schlüsselbund. Ich fand ihn schließlich, ebenso die große, schwere Axt, die an der linken Wand des Häuschens angelehnt stand, wie ich es richtig in Erinnerung hatte. Ich rannte durch den Sturm zurück ins Haus, ins Esszimmer. Nur die Petroleumlampe auf dem Ofen spendete noch Licht. Der Abendhimmel war nun komplett mit dunklen, schweren Wolken bedeckt, aus denen es unaufhörlich regnete, blitzte und donnerte. Susi lag noch immer wimmernd unter dem Tisch. Mickey bellte nicht mehr, stand aber immer noch knurrend und zähnefletschend vor der Tür. Dann tat ich es. Warum? Ich tat es einfach. Die Querbalken zu entfernen war eine kurze Anstrengung, jedoch recht schnell erledigt. Die Kette mit der schweren Axt zu zerschlagen hingegen, dauerte um einiges länger, als ich es für möglich gehalten hätte. Immer wieder holte ich aus und hieb die schwere Klinge auf die Kettenglieder. Ausholen, schlagen, ausholen, schlagen. Bis nach einiger Zeit unter einem leichten Funken sprühen die Kette an einer Stelle, endlich, dachte ich damals, zersprang. Ich war wohl so in Rage gewesen, dass ich gar nicht bemerkt hatte, dass die Geräusche aus dem Keller wohl längst verstummt waren. So stand ich dort, nass, schwitzend und schwer armend, mit einer Axt in den Enden. Sehend, wie die Tür nach innen auffiel, den Blick in den tiefen, schwarzen Keller freigebend. Plötzlich kam mir alles so furchtbar unwirklich vor. Ich erschrak, als die Küchenuhr zu Mitternacht zwölfmal schlug. Dann schritt ich vorsichtig zur Treppe und hielt inne. Voll auf meine Sinne konzentriert, lauschte ich in den Keller hinein. Das Einzige, was ich hörte, war ein regelmäßiges Tropfen. Vermutlich eine undichte Stelle am Mauerwerk, denn der Keller grenzte an die Hauswand. Von draußen konnte man ein kleines, aber schwer vergittertes und stark verrustes Kellerfenster ausmachen. Von daher empfand ich es nicht abwegig, dass von dort Wasser in den Keller lief und es infolgedessen von irgendwoher tropfte. Von dem, was ich nun erzähle, verehrter Mr. Hobbs, versichere ich Ihnen, dass alles, aber auch wirklich alles, genau dem entspricht, was sich dort in diesem verfluchten Keller zugetragen hat. Dass alles der Wahrheit entspricht, dass nichts ausgelassen und hinzugefügt wurde. Bei Gott, ich schwöre es. Willens den Geräuschen und dem, was die Hunde so nervös gemacht bzw. verängstigt hatte, auf den Grund zu gehen, griff ich mir die Petroleumlampe vom Ofen und stieg langsam in den Keller hinab. Die Hunde schienen sich zurückgezogen zu haben, aber es erweckte in mir keinen Verdacht. Wie so vieles nicht an diesem Abend. Die Treppe hatte ungefähr zwölf Stufen, wovon jede einzelne beim Betreten unheimlich knarrte. Unten angekommen leuchtete ich den Raum, soweit es ging, mit der Petroleumlampe aus. Die Wand links hinter mir, an der die Treppe hochstieg, war nicht zugestellt oder ähnliches. Man konnte das kalte Mauerwerk erkennen mit seinen mehr oder weniger gleichmäßig geformten Ziegeln. Das Haus von Mr. McAnderson sah an sich ziemlich jung aus. Die Kellermauern jedoch schienen uralt zu sein. Die Wand seitlich links von mir war gesäumt von Salpeter-Strukturen und an ihr lehnten diverse Leinensäcke, einige leer, einige zum Teil oder ganz gefüllt. Ich leuchtete nach rechts, derselbe Anblick, Salpeter an den Gemäuern. Jedoch sah ich noch etwas anderes. Etwas, das mich zuerst erstaunen, dann erschaudern ließ. Kratzspuren an den Ziegeln Tiefe, lange Kratzspuren Mir wurde plötzlich unglaublich heiß. Nun ging ich zwei Schritte geradeaus. Dort sah ich ein großes Regal, welches mitten im Raum stand. Es begann an der Wand zu meiner Rechten und erstreckte sich bis fast an die gegenüberliegende Wand, sodass nur noch Platz für maximal eine Person war, um an ihm vorbeizulaufen. Dann sah ich auch, was zuvor im Esszimmer so polternd zu vernehmen gewesen war. Auf dem gesamten Boden, in unmittelbarer Nähe zum Regal, lagen Töpfe und Pfannen verteilt, die, wie ich damals dachte, von dem wilden Tier aus dem Regal geschleudert worden sein mussten. Das Regal hatte eine Wand hinter den Ablagen, sodass man nicht sehen konnte, was sich dahinter befand. Vielleicht war es nur eine Trennwand. Vielleicht gab es auf der anderen Seite auch Ablageflächen. Ich weiß es nicht. Es tut jetzt auch nichts mehr zur Sache. Denn dann entschloss ich mich, den Abschnitt hinter dem Regal zu erkunden. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. So ging ich langsam nach links um das Regal herum. Mittlerweile wusste ich, dass das stetige Tropfen aus genau der Ecke kommen musste, welche vom Regal verdeckt wurde. Als ich um das Regal herumgelaufen war, blickte ich zunächst in komplette Finsternis. Irgendwie kam es mir vor, als wäre der Bereich vor mir, trotz der Petroleumlampe, weitaus schwerer zu beleuchten gewesen, so als verschluckte diese dunkle Ecke alles Licht der Lampe. Ich glaube, mein Herz blieb für einige Sekunden stehen, als ich dann das Grauen entdeckte. Da ich die Lampe tief hielt, sah ich zunächst zwei hagere, knochige Waden, an deren Ende zwei ebenso knochige Füße. Jedoch mit festem Stand auf dem Boden. Das Tropfen, was ich von Anfang an im Keller vernahm, entpuppte sich als grauenvoller Anblick. Das Wesen, das dort stand, ich möchte hier von keinem Mensch mehr sprechen, stand in einer Lache aus einer Flüssigkeit, deren Ursprung und Zusammensetzung ich nicht zu nennen vermag. Diese Flüssigkeit begann plötzlich zu fluoreszieren, und ich sah, dass es aus dem oberen Teil des Wesens herabtropfte. Wie gelähmt stand ich dort, und doch bewegte sich meine Hand, welche die Petroleumlampe hielt, langsam nach oben und brachte den grauenhaften Rest des Wesens zum Vorschein. Es sah von hinten, entfernt aus wie eine junge Frau in einem Kleid, allerdings fürchterlich zerzaust und verwahrlost. Es begann schwer zu atmen, und das Atmen wurde zunehmend lauter. Es stand jedoch weiterhin gebückt mit dem Rücken zu mir. Bevor ich dann in Ohnmacht fiel, hielt ich die Lampe auf Kopfhöhe und sah, dass der Kopf dieser unsäglichen Kreatur verkehrt herum, also nach hinten gerichtet und schief auf seinem Hals lag, und wie es mich mit seinen tiefschwarzen, riesengroßen Augen ansah, die Piranha-ähnlichen Reißzähne fletschte, von denen die fluoreszierende Flüssigkeit tropfte und lauthals unbeschreiblich und grausam zu kreischen begann. Als ich wieder erwachte, fand ich mich auf dem Boden des Esszimmers liegend vor. Überall an Boden, Decke und Wänden waren Spritzer von fluoreszierender Flüssigkeit verteilt. Ich musste erbrechen, als ich mich weiter umsah. Mickey und Susi waren tot, aufgeschlitzt und ausgeweidet, auf bestialischste Weise. Das Wesen aus dem Keller wühlte in Susis Bauchhöhle herum und sabberte dabei unaufhörlich diese grünfloreszierende Flüssigkeit aus seinem widerlichen Maul. Es schien mich aber nicht zu beachten. Ich spürte etwas in meiner rechten Hand und blickte hinab. Ich lag immer noch auf dem Boden. Ein langes, rostiges Fleischermesser. Blutverschmiert. Genau wie mein Körper. Ein Stück weiter vor mir lag die ebenfalls blutverschmierte Axt aus dem Gartenhäuschen. Ich verlor erneut das Bewusstsein. Oder war es nur ein tiefer Schlaf? Das Letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich dann im Krankenhaus aufwachte, war die Stimme von Mr. McAnderson. Nathaniel, ich hatte dir doch etwas gesagt, sprach er ruhig und sogar fast freundlich. Jetzt weißt du, warum du nicht in den Keller darfst. Mr. Hobbs, bitte behalten Sie den Originalbrief und tippen Sie ihn so oft wie nur nötig ab. Bringen Sie jeweils ein Exemplar zur hiesigen Staatsanwaltschaft und zu diversen Pressevertretern. Davon hängt alles ab. Ich durfte bisher keine Aussage tätigen. Mehr kann ich nicht schreiben, mein Ausgang ist gleich zu Ende. All meine Hoffnungen beruhen auf Ihnen. Nathaniel Young Alles lief nach Plan. Der Wachmann erschien zum Dienst und öffnete nachts das Sichtfenster Nathaniels Zellentür, durch welches er ihm das Bündel Papier zeigte. Er hatte es also im Garten gefunden und würde es, wie abgemacht, ein paar Tage später in Mr. Hobbs Briefkasten werfen. Sie verloren nie mehr ein Wort darüber. Es vergingen ein paar Tage. Nathaniel machte sich nicht allzu große Gedanken. Noch nicht. Noch war Zeit. Laut Plan hatte der Wachmann erst gestern den Brief bei Mr. Hobbs eingeworfen. Und dieser musste sich bestimmt erst einmal sammeln und das Geschriebene verdauen. Erst dann würden die nächsten Schritte durch ihn in Gang gesetzt werden können. Vorausgesetzt, erglaubte Nathaniel. Besuch für Sie! Halte es plötzlich von der anderen Seite seiner Zellentür. Begleite von einem dumpfen, aber doch lautem Klopfen. Es war die Stimme einer der Krankenschwestern. Seltsam. Von seinem Zellenfenster aus konnte Nathaniel die Kirchturmuhr von Oak Lake sehen. Sie zeigte halb vier am Nachmittag. Er hatte zwar noch nie Besuch empfangen, aber er hatte in der ganzen Zeit, in der er hier schon gefangen war, einige der Gegebenheiten aufgeschnappt. So auch etwa, dass sich die Besuchszeiten tagsüber von ein bis zwei Uhr erstrecken. Und zwar strikt. Nathaniel war anfangs leicht erschrocken, wurde dann jedoch fast schon euphorisch. Er versuchte, seine Emotionen zu zügeln. Konnte es wirklich sein? Konnte es sein, dass Mr. Hobbs schon entsprechend auf seinen Brief reagiert hatte und ihn jetzt besuchen kam? Vielleicht hatten sie ihm endlich auch einen Anwalt zugestanden, der ihm seit Beginn seines Aufenthaltes dort, trotz einiger lautstarker Proteste seinerseits, immer verwehrt wurde. Nathaniels Gedanken überschlugen sich. Er hörte, wie das Schloss der Tür entriegelt wurde, obwohl er noch gar nicht geantwortet hatte. Wahrscheinlich war die Aussage der Krankenschwester sowieso einfach nur eine Tatsachenbeschreibung und keine Frage. Als die Tür aufging und Nathaniel seinen Besuch sah, wurde ihm heiß. Einfach nur abscheulich heiß. Seine Kehle schien auszutrocknen und er begann zu zittern. Wimmern fiel er zu Boden und kroch rückwärts hin zur Wand. Einfach weg von der Zellentür. Weg von dem, was dort stand. Als er nicht mehr weiterkam, bekam es Nathaniel mit nackter Angst zu tun. Tränen schossen ihm in die Augen. Er versuchte zu schreien, so laut es ging. Aber aus irgendeinem Grund bekam er nicht einen Laut aus sich heraus. Nathaniel, mein Freund. Ich konnte dem Wachmann überreden, den Brief doch lieber bei mir, anstatt bei Mr. Hobbs abzugeben. Nathaniel war jetzt starr vor Angst. Nicht allein aufgrund der Tatsache, dass Mr. McAnderson sich langsam in seiner Zelle auf ihn zubewegte. Es war die grünfluorisierende Flüssigkeit, die ihm aus Mund und Nase tropfte und an seinem Schnurrbart hing. Ebenso an den Piranha-ähnlichen Reißzähnen, die sich in seinem jetzt immer größer werdenden Mund offenbarten. Und natürlich die großen, tiefschwarzen Augen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Portal in eine andere Welt Davids Hand zitterte unter der Anstrengung, die Brechstange gerade zu halten. Komm schon, murmelte er zu sich selbst und setzte erneut an. Mit einem lauten Knall schnellte die Eisentür auf und gab einen dunklen Raumpreis. Er wusste, dass er nur wenig Zeit hatte. Der Knall musste kilometerweit gehört worden sein. Bald würden sie bei ihm sein. Und dann musste er schnellstens verschwinden. Er knipste die Taschenlampe an und durchleuchtete den Raum. Seit dem Anbruch des Endes war anscheinend niemand hier gewesen. Die Akten waren alle feinsäuberlich sortiert und alles an seinem Platz. David ging die Reihen entlang und suchte nach dem Buchstaben N. Seine Schritte halten an den kahlen Wänden wieder, während er eine hauchzarte Spur in der dicken Staubschicht hinterließ. K. L. M. Flüsterte er, schulterte seinen Rucksack erneut und ein kalter Schauer überfuhr ihn, als er das N entdeckte. Der Karton war kleiner als die anderen um ihn herum, die Schrift leicht verwaschen, aber man konnte noch Nathalie Neunhagen lesen. Mit zitternden Fingern zog er ihn aus dem Regal, stellte ihn auf dem Boden ab und ließ sich daneben nieder. Aus seinen Rucksack kramte er einen tragbaren DVD-Player, klappte ihn auf und seufzte. Es war so ein langer Weg bis hierher gewesen. Was, wenn es nicht funktionieren würde? Er öffnete den Karton und zog eine kleine Hülle heraus. Darin lag eine unbeschriftete DVD. Bitte funktioniere, hauchte er, legte die DVD ins Laufwerk und drückte auf Start. Der Bildschirm krisselte. Dann war ein Standbild zu sehen mit den Zahlen 21 12 20 25. Er drückte auf Play, erhöhte die Lautstärke und starrte gebannt auf den Bildschirm. Im Keller eines Polizeireviers. Vor dem Ende der Welt. In einem Verhörraum ist eine Frau. Sie sitzt völlig ruhig auf dem Stuhl und fixiert einen Punkt außerhalb des Blickwinkels der Kamera. Eine Tür öffnet sich, knallt zu und jetzt sind zwei Männer zu sehen, die sich ihr gegenüber hinsetzen. Ein breiter Tisch trennt sie. Warum ist das hier an? Fragt sie direkt und zeigt mit einem schlanken Zeigefinger auf die Kamera. Das ist für die Dokumentation wichtig, erwidert der braunhaarige Mann. Seine Stimme ist dunkel, aber sehr weich. Mein Name ist Westerhagen, das ist mein Kollege Erdmann. Er nickt mit dem Kopf leicht nach links zu dem blonden, etwas kleineren Mann. Er schaut sie ernst an. Vor ihm liegt eine aufgeschlagene Akte. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Fragt Erdmann. Seine Stimme ist nicht weich. Sie ist kalt und schneidend. Die Frau nickt, hält inne und wackelt dann mit dem Kopf hin und her. Ich denke ja, aber ich bin mir nicht so sicher. Was mich irritiert ist, wo ist Herr Kowalski? Ich dachte, er wäre mit meinem Fall betraut. Er ist nicht mehr zuständig, sagt Westerhagen knapp und zieht die Akte zu sich. Frau Neuenhagen, ich weiß, dass Sie alles bereits zu Protokoll gegeben haben. Aber wir möchten Ihre Geschichte gern erneut hören und Ihnen Fragen stellen, die bisher nicht aufkamen. Verstehen Sie? Sie nickt, hebt den Arm und zieht sich das Haargummi etwas fester. Sie trägt einen strengen Pferdeschwanz, was ihr schönes Gesicht umso mehr betont. Stimmt es, dass Ihr Mann nun seit mehr als zwei Monaten vermisst wird? Zwei Monate und zwei Tage, um genau zu sein. Ja. Warum haben Sie ihn nicht direkt als vermisst gemeldet? Fragt Erdmann und beobachtet Ihre Reaktion genau. Nathalie Neuenhagen sieht ihn an. Ihr Blick ist ganz klar. Mein Mann ist erwachsen. Wenn er nicht mehr bei mir sein wollte, hat er seinen Grund. Das sagten Sie bereits. Erdmann scheint leicht genervt. Aber warum Sie das denken, haben Sie nicht gesagt. Hatten Sie beide einen Streit? Nein. Sprachen Sie über Trennung? Gott bewahre, nein. Erdmann rollt mit den Augen. Atme tief durch. Westerhagen legt ihm eine Hand kurz auf den Arm und sagt dann. Aber wenn alles gut zwischen Ihnen war, wieso sollte er dann einfach verschwinden? Weil er es wollte, vermutlich. Oder Sie haben ihn verschwinden lassen. Erdmann schlägt mit der Faust auf den Tisch. Nathalie zuckt zusammen. Er widert dann seinen Blick, aber kalt. Ich liebe meinen Mann mehr als mein eigenes Leben. Ich könnte ihm niemals etwas antun. Verdammt nochmal, Sie wollten keine Vermissenanzeige aufgeben. Sie schließen ein Fremdverschulden konsequent aus. Seine Tante hat uns informiert, nicht seine Ehefrau. Was sollen wir da denn bitte denken? Nathalies Blick huscht zu der Uhr an der Wand, dann wieder zu den Polizisten. Was Sie denken, Herr Erdmann, ist mir herzlich egal. Ich weiß, dass mein Mann nicht entführt oder ermordet wurde. Warum wissen Sie das so genau? Fragt Westerhagen sanft. Nathalies Blick schweift ab. Sie blickt ins Nichts. Eine Träne rollt ihre Wange herab. Wir haben vor drei Jahren die Diagnose bekommen. Krebs. Er hat gekämpft. Für mich. Aber es wurde immer schlimmer. In den letzten Monaten war er mehr Geist als Mensch. Seine Liebe zu mir hat ihn am Leben erhalten. Vermutlich ist er irgendwo hingegangen, um... Sie bricht ab, wischt sich mit dem Handrücken über die Wange. Das Schweigen ist erdrückend. Warum sagen Sie das jetzt erst? Müssen wir etwa nach einer Leiche suchen? Westerhagen wirft seinen Kollegen einen strafenden Blick zu. Er hasst Unsensibilität. Nathalies Blick ist voller Zorn. Er wollte seinen Frieden und Ruhe. Wenn ich ihm den geben kann, dann tue ich das auch. Sie beschissener Bastard. Mich interessiert nicht, was Sie nun tun. Sie schaut zwischen den beiden hin und her. Runzelt die Stirn. Sie sind keine echten Polizisten, nicht wahr? Irgendetwas ist seltsam an Ihnen. Westerhagen rutscht auf seinem Stuhl hin und her. Offensichtlich fühlt er sich ertappt. Nein, gibt er zu. Sie haben recht. Wir kommen von einer speziellen Abteilung, die sich mit Experimenten und möglicherweise gefährlichen Erfindungen beschäftigt. Was hat das mit mir und meinem Mann zu tun? Wir haben seinen Computer durchsucht, sagt Erdmann direkt und lehnt sich etwas vor. Nathalie weicht nicht zurück. Und da haben wir einige interessante Daten gefunden. Sie schweigt erst. Sie blickt wieder auf die Uhr. Scheint plötzlich von einer inneren Unruhe gepackt zu werden. Und zwar? Ihr Mann hat sich mit Physik beschäftigt. Es ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Nathalie lächelt Erdmann verächtlich an. Sollte man annehmen, wenn er Professor der Physik ist, einen Lehrstuhl einnimmt und an Theorien experimentell forscht? Westerhagen nickt, macht sich eine Notiz in der Akte. Sie sind Autorin? Ja, das bin ich. Eine seltsame Konstellation, murmelt er und ein vernichtender Blick trifft ihn. Ein Genie der Physik und eine Autorin passen also nicht zusammen, faucht sie ihn an. Mein Mann mochte vielleicht diese Welt erforschen, aber ich habe unendlich viele erschaffen. Er forscht, ob es Gott geben kann. Ich war einer. Sie atmet schwer, beruhigt sich und lehnt sich wieder zurück, den Blick auf die Uhr geheftet. Zumindest hat er das immer gesagt. Waren Sie mit seiner aktuellen Forschung vertraut? Sie schweigt, spielt an ihrem Ehering herum. In der Ferne ist eine Sirene zu hören. Sie schließt die Augen, lächelt sanft und blickt den Polizisten erneut an. Welche Forschung genau meinen Sie? Erdmann zieht eine Kopie aus der Akte, knallt sie auf den Tisch. Darauf ist eine Zeichnung zu sehen, die einen kleinen, kastenförmigen Gegenstand zeigt. An ihm sind komplizierte Formen angeheftet. Wissen Sie, was Ihr Mann da erfunden hat? Was denken Sie, was das ist? So läuft der Scheiß hier nicht, Sie, beginnt Erdmann. Westerhagen hebt die Hand und bringt ihn zum Schweigen. Wir denken, dass es ein Dimensionsspalter ist. Er trennt unsere Dimension auf und verbindet sie mit einer anderen. Dadurch haben wir Zugang zu einer anderen. Nathalie ist still. Erneut ist eine Sirene zu hören. Sie sieht unberührt auf das Blatt, dann wieder zur Uhr. Sie seufzt. Wir sind daran interessiert, denn wenn dieses Gerät, sofern er es geschafft hat, es zu bauen, in falsche Hände gerät, könnte das Dimensionsreisen nicht mehr aufzuhalten sein. Außerdem denken wir, dass Ihr Mann in eine andere Dimension ging, sagt Erdmann und tippt auf das Blatt. Wir sind der Überzeugung, dass die Berechnungen stimmen. Er könnte so etwas gebaut haben. Sie schaut die beiden abschätzig an. Sie irren sich. Also hat er so etwas nicht gebaut? Nein, das habe ich nicht gesagt. Die beiden Ermittler sehen sich verwirrt an, blicken dann zu Nathalie. Um ihren Mund spielt ein Lächeln, das kälter als die Stimme Erdmanns ist. In ihren Augen funkelt etwas, was man später als Triumph deuten wird. Was meinen Sie? Es war nicht der Computer meines Mannes, den Sie durchsucht haben, sondern meiner. Ich hätte ihn besser verschlüsseln müssen. Die Männer sind offensichtlich sprachlos. Nathalie lacht sehr leise. Das kleine Weibsbild, die kleine Autorin. Haben Sie vorhin nicht zugehört? Ich hatte mehr Fantasie als mein Mann. Mein Mann hat sich nur mit dem Hier und Jetzt beschäftigt. Ich aber mit dem Was-wäre-wenn. Ich habe in meinem Kopf über dieses Gerät nachgedacht. Ja, Sie nennen es Dimensionsspalter. Ich nenne es das Tor. Ich wollte es in meinem neuen Buch einbauen, erzählte mein Mann euphorisch davon. Doch er freute sich nicht über meine geniale Idee. Er war still. Stiller als sonst. Selbst nach der Diagnose hatte ich ihn nie so ruhig erlebt. Eines Abends kam er zu mir ins Bett, zeigte seine Berechnungen und sagte mir, meine Idee wäre bahnbrechend. Sie würde funktionieren. Ich hatte den Schlüssel zu unentdeckten Welten geschaffen. Sie ist rot im Gesicht und keucht fast während ihrer Ausführung. Und so bauten wir ihn gemeinsam. Wir erschufen das Tor. Wir starteten einen Test und es funktionierte. Wir konnten reisen. Sie stockt, zieht ihre Akte zu sich heran, dreht sie um und streckt die Hand aus. Sie sieht Westermann direkt in die Augen. Dürfte ich bitte Ihren Bleistift haben? Ohne zu zögern gibt er ihn ihr. Sie malt einen Kreis aufs Papier. Das ist unsere Welt, unser Universum. Sie malt einen weiteren Kreis daneben. Das ist eine mögliche Welt. Sie radiert bei beiden Kreisen eine kleine Stelle weg und verbindet sie mit zwei Strichen. Und das ist der Tunnel, durch den wir treten. Man muss aber genau wissen, in welche Welt man will. Sonst bleibt man im Tunnel stecken. Erdmann räuspert sich. Seine Stimme ist trotzdem brüchig. Ihr Test hat funktioniert? Na ja, sei gut sogar. Westerhagen öffnet den Mund, stockt und schließt ihn wieder. Nathalie grinst ihn an. Sie... Haben die Lücke gefunden, nicht wahr? Erdmann sieht zu ihm herüber. Ein Fragezeichen spiegelt sich auf seinem Gesicht. Aber sie sagt, man muss genau wissen, in welche Welt man will. Sie nickt und ermutigt ihn, so weiter zu sprechen. Wo wussten sie, in welche Welt sie wollen? Nathalie fährt sich mit der Zunge über ihre Lippen. Ihr armen, kleinen, dummen Männer, flüstert sie. Ihr seid so in euren Vorstellungen gefangen, dass ihr nicht über euren Tellerrand schaut. Ich habe es bereits zweimal gesagt. Es ist wirklich so abwegig, was wir taten? Sie schaut zu Erdmann, dann zu Westerhagen. In einem vertraulichen Tonfall sagt sie, Ich glaube nicht, dass der da... Sie zeigt auf dem Blonden. Einen Schimmer davon hat. Aber sie könnten es schaffen. Denken Sie nach. Erdmann erhebt sich mit zornigem Gesicht. Er scheint kurz davor, die Frau zu schlagen. Sein Partner zwingt ihn mit einem festen Griff an der Schulter wieder auf den Stuhl. Seine Gedanken rasen. Er überlegt, was sie meinen könnte. Ihr Gesicht ist direkt vor seinem. Sie ist gespannt, fast aufgeregt. Irgendwo in der Ferne erklingt zum dritten Mal eine Sirene. Sein Handy vibriert in seiner Hosentasche. Und als ob das leichte Rütteln an seinem Bein seine Gehirnzellen in Schwung gebracht hätte, schießt ihm die Erkenntnis durch den Kopf. Sein Körper reagiert vor seinem Verstand. Er keucht, beginnt zu schwitzen. Sein Herz rast. Bücher. Keucht er und blickt Erdmann panisch an. Es sind Bücher. Zufrieden lehnt sich Nathalie in ihren Stuhl zurück und verschränkt die Arme. Sie hat etwas von einem General, der einen Sieg errungen hat. Aber natürlich. Erdmann wendet den Kopf, mustert die Frau lange. Sie haben ein Tor zu Welten geschaffen. Aber keine Paralleluniversen oder Dimensionen. Sondern zu Büchern. No shit, Sherlock, kichert sie. Auf eine gruselige Art und Weise wirkt sie wie ein Schulmädchen, das bei einem tollen Streich ertappt wurde. Ja, mein Mann und ich haben ein Gerät entwickelt, das das Tor zu den Buchwelten öffnet. Wir traten ein und kamen zurück. Aber nur mit diesem Gerät kann man reisen. Das Tor schließt sich hinter einem. Beide Seiten sind dann versiegelt. Sie schaut erneut auf die Uhr und Erdmann fällt es zum ersten Mal auf. Was tun Sie da? Haben Sie noch einen wichtigen Termin? Nein. Aber es beginnt. Was beginnt? Fragt Westerhagen. Seine Lippen sind trocken wie die Sahara. Wissen Sie, die Lebewesen in den Büchern sind nicht glücklich, wenn man ihr Universum stört. Sie existieren dort seit Ewigkeiten. Leben in einer endlosen Schleife aus Schmerz, Demütigung, Verrat und Langeweile. Und dann kamen wir. Haben sie aufmerksam gemacht. Wir haben ihnen aus Versehen gezeigt, was es heißt, ein unbegrenztes Universum zu haben. Selbst entscheiden zu können, was man tun und lässt. In ihren Augen schwimmen Tränen. Sie schluckt trocken und fährt fort. Vielleicht war es ein Fehler. Aber wir haben keine Wahl gehabt. Wir mussten es tun. Was tun? Fragt Erdmann und hebt den Kopf. Eine Tirade an Sirenen ist zu vernehmen. Nun vibriert auch Erdmanns Telefon. Wir haben sie geweckt. Sie wurden hungrig. Aber wir wollten zurückkehren. Wir sollten wieder in diese Welt steigen können. Hatten aber Angst um unser Leben, also machten wir einen Deal. Sie räuspert sich, wirkt wieder gefasst. Sie würden uns in Ruhe lassen, würden uns einen Ausweg geben und uns beschützen. Dafür müssen wir ihnen eine Welt geben. Diese Welt setzt sie noch hinzu. Wem haben sie das versprochen? Nathalie wirkt verwirrt. Wissen sie es wirklich nicht? Den Monstern? Wispert Westerhagen von plötzlicher Erkenntnis getroffen. Nathalie nickt langsam. Sie nennen sie Monster. Ich jedoch fortan Verbündete. Die Sirenen sagen mir, dass sie das Ende der Welt eingeläutet haben. Heute Morgen habe ich die Ersten befreit. Sie durch das Tor in unsere Welt schreiten lassen. Wir haben eine genaue Uhrzeit ausgemacht, bei der sie durch die Stadt wandern sollen. Sobald ich daheim bin, werde ich alle anderen befreien, ihnen das Tor übergeben und zu meinem geliebten Mann gehen. Entsetzen macht sich breit. Angst schießt durch die Körper der Männer. Wen haben sie freigelassen? Sie scheint zu überlegen, kommt aber zu dem Schluss, dass es nun auch keine Rolle mehr spielt. Dracula, Cthulhu, Quetzal, Coatel, Dagon, Sauron und seine Ringgeister, Frankenstein und nicht zu vergessen Dr. John Dee. Sie zählt die Wesen an den Fingern ab. Dr. John Dee wird als Redelsführer dafür sorgen, dass meine Sicherheit gewährleistet ist. Ihre Sicherheit? keucht Erdmann. Wie können Sie sich sicher sein, dass diese Viecher nicht auch Ihnen schaden werden? Und wir müssen Sie hier behalten. Sie sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sie haben Monster auf Deutschland losgelassen. Auf die Welt. Korrigiert sie ihn automatisch, nickt dann aber ernst. Sie haben natürlich recht, ich kann mir nicht zu 100% sicher sein. Ich vertraue Ihnen aber, denn ich habe Ihnen eine endlose Welt voller Spaß, Schmerz und Verderben geschenkt. Sie breitet ihre Arme aus. Sie wirkt fast wie ein Priester, der seine Jünger empfängt. Die Kamera wackelt, als der Raum erbebt. Putz rieselt von der Decke. Mir juckt der Daumen schon. Sicher nah, dein Sündensohn, wispert sie. Erdmann und Westerhagen springen auf, sind kurze Zeit außerhalb des Bildes. Sie kommen mit uns, schreit Erdmann panisch. Natalie schaut ihn an. Ich denke, sie verstehen nicht, sagt sie ruhig und sachlich. Meine Eskorte ist hier. Wenn sie mich mitnehmen, werden die Befreiten mich holen und ihnen ungesagte Dinge antun. Sie können mich auch töten, aber das würde ihnen nichts bringen. Der Tod wäre ihnen garantiert. Was sie tun werden, ist mich gehen lassen, damit ich ihnen Zeit verschaffen kann, sich zu verstecken. Ich werde mit meiner Eskorte gehen und sie zurücklassen. Ihnen wird nichts geschehen. Darf ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? fragt Westermann sehr leise und setzt sich auf seinen Platz zurück. Seine Haare sind weiß vom Putz. Willst du mich verarschen? schreit Erdmann. Wir müssen weg! Wenn wir sterben, dann möchte ich nicht dumm sterben. Westermann dreht sich zu Natalie, zieht sie lange an. Ist Ihr Mann in Sicherheit? Ja. Ich habe ihn vor langer Zeit in Sicherheit gebracht. Ich musste hierbleiben, um das Tor für die Befreiten zu öffnen, einen Vertrag aushandeln. Erst dann durfte ich gehen. Dass das Verschwinden meines Mannes auffallen würde, war nicht geplant. Lächelnd neigt sie den Kopf. Er ist nun in einer Welt, einem Buch. in der er gesund ist. Kein Krebs, keine Angst, nur Seelenfrieden. Welches Buch ist es? Sie lacht schallend, ehrlich und erfreut. Ich mag sie. Ich kann sie gut leiden. Raten Sie, kommen Sie. Er muss nicht lange nachdenken. Sie haben ein völlig neues Buch geschrieben, nicht wahr? Ihr Augenzwinkern ist Antwort genug. Wer wird sie abholen? John Dee. Er hat versprochen, mich zu holen. Oh, und mein Liebling habe ich vergessen. Er hat sich förmlich darum gerissen. Sie beugt sich erneut vor und haucht. Es. Vor Westermanns Augen tauchen Bilder aus dem verstörenden Horrorfilm auf. Er bekommt eine Gänsehaut. Sie haben das schlimmste Monster aller Zeiten auf uns losgelassen. Sie zuckt mit den Schultern. Die Tür des Raumes schlägt polternd auf. Man hört Erdmann panisch schreien. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ins Bild kommt ein Mann mit ihren Alters. Er trägt einen Spitzbart und einen schlichten grauen Anzug. Hinter ihm steht ein Clown mit unfassbar langen spitzen Zähnen und einem einzelnen roten Ballon in der Hand. Der Mann legt den Kopf schief, schaut Westermann lange an. Dann Erdmann. Es ist eine Freude, Sie kennen zu lernen. Mein Name ist Dr. John Dee. Es schwingt ein hauchzarter englischer Akzent mit, den man nur in der Zeit der Renaissance hörte. Er blickt in die Kamera und ein zartes Lächeln umspielt seine Lippen. Dann wendet er sich zu Nathalie. Madam, darf ich bitten? Er streckt ihr die Hand entgegen, die sie annimmt. Sie erhebt sich. Meine Herren, ich werde Sie nun verlassen. Mein Mann wartet und ich bin sehr müde. Bleiben Sie hier in dem Raum. Und Herr Erdmann? Sie wendet sich zu dem Mann, der leichenblass zitternd an einer Wand steht. Ich wünsche mir, dass Sie lange genug leben, um das Ende der Welt mitzuerleben. Sie selbstgefälliges Arschloch. Stopp! ruft Westermann, bewegt sich dabei aber keinen Millimeter von seinem Stuhl weg. Sein Blick ist auf den Clown geheftet. Was ist es? Wie sieht das Tor aus? Sie blickt auf ihre Hand, dreht den Ehrring langsam hin und her. Erst als ich Wilhelm kennenlernte, verstand ich, dass die Liebe der Ursprung jeglicher Fantasie ist. Mit diesen Worten öffnet John D. die Tür. Nathalie tritt ins Freie. Gott, steh uns bei, haucht Erdmann. Aus, kleines Licht. Leben ist wandelnd Schattenbild, wispert Westerhagen und schließt dabei die Augen. Plötzlich ist eine Nahaufnahme des Clowns zu sehen, wie er in die Kamera lacht. Die Kamera erlischt mit einem Bildfehler. David war durchgeschwitzt. Er hatte mehr Informationen bekommen, als er jemals gehofft hatte. Er wusste jetzt, wer für das Ende verantwortlich war, wer die Monster befreit hatte. Und er hatte das verstanden, was dem Polizisten entgangen war. Das Tor war der Ehrring. Er und die Organisation des Widerstandes mussten ihn finden. So konnten sie das Tor öffnen und die Monster zurück in ihre Welten schicken. In der Ferne hörte er ein Kichern, ein Rascheln von Flügeln und einen magerschütternden nichtmenschlichen Schrei. Sie waren auf dem Weg zu ihm. Er packte all seine Sachen zusammen und rannte aus dem Gebäude heraus. Er musste überleben. Er musste weiterkämpfen. Diese Monster durften nicht siegen. Menschen erschufen mit ihrer Fantasie Welten und Monster. Und jetzt waren sie hier. Die Befreiten erhoben sich gegen ihre Schöpfer. Frischfleisch. Die Befreiten erhoben sich gegen ihre Schöpfer. Das erwartet uns nach dem Leben. Segne mich, Rabbi. Erlöse uns, Sohn Gottes. Bitte, Herr, segne mein Kind. Die Stimmen prasseln auf Jesus ein wie ein Hagel. Schneidend, kalt und hart stachen sie in sein Bewusstsein, während er über die staubige Straße an den Menschen vorbeiging, die flehend die Hände nach ihm ausstreckten. Er war auf der Reise nach Bethanien. Ein Freund von ihm lag dort schwerkrank und sieg. Jesus wollte ihn besuchen und bei ihm sein. Natürlich hatte es sich herumgesprochen, dass er, Jesus von Nazareth, der Heiland, der Messias, durch die Region wanderte und die Menschen kamen, um ihn zu sehen. Sie wollten von ihm berührt werden und einen Hauch der Gnade Gottes erhaschen. Er konnte es ihnen nicht verübeln. Dafür war er doch gekommen, oder? Um die Menschen wieder näher zu Gott zu bringen. Um ihnen vom Königreich Gottes zu predigen. Gott selbst hatte ihn geschickt. Ihn. Seinen eigenen Sohn. Doch er konnte nicht verhehlen, dass es ihn mitunter nervte. Dieses bedürftige Plärren und Flehen nach Erlösung, egal wohin er ging, es folgte ihm und sägte und bohrte sich in sein Bewusstsein und nagte an seiner Geduld. Herr, werden wir eingehen ins Reich Gottes? Immer dieselben Fragen. Immer das gleiche Geseier. Menschen, die sich vor ihm in den Staub warfen, seine Füße küsten und mit Tränen in den Augen um eine Antwort flehten, was mit ihrer Seele geschehen würde, wenn sie starben. Ja, er war der Sohn Gottes, aber in solchen Momenten spürte er die Bürde seiner Mission. Er sah sich um. Betrachtete die Menschen am Straßenrand, die ihm Blumen auf den Weg streuten. Er sah, wie sie sich freuten, ihn zu sehen, die Hände nach ihm ausstrecken, in der kleinen Hoffnung, ihn berühren zu können. Wie sie auf die Knie fielen und in Tränen aufgelöst beteten. Hinter dem Spalier aus Gläubigen breitete sich eine wunderschöne Landschaft aus. Ein weites, hügeliges Land mit Zypressen und Olivenbäumen bewachsen. Der Himmel war blau, einige Schönwetterwolken zogen über den Himmel. Und ein lauer Wind trug den Geruch naher Blumen und eines nicht ganz so nahen Flusses herüber. Es war ein wunderschöner Tag. Jesus wünschte sich, er könnte ihn, auf einem Baumstumpf oder Stein sitzend, damit verbringen, einfach übers Land zu schauen und den Tag zu genießen. Es wäre so schön, den Vögeln am Himmel seine Gedanken mit auf den Weg zu schicken, damit sein Kopf frei und sein Geist rein war, um die Schönheit des Moments in sich aufzunehmen. Ein junger Mann löste sich aus der Menge und fiel vor Jesus auf die Knie. Seine Jünger versuchten vergeblich, ihn aufzuhalten, doch sie waren zu langsam. Der Mann umklammerte Jesus' Beine und küßte im Staub der Straße liegend seine Füße. Der Sohn Gottes betrachtete ihn. Er konnte nicht älter sein als er selbst, Anfang 30 vielleicht, ordentlich gekleidet, gepflegt, ein normaler Mann. Knie nicht vor mir, sind mir nicht alle Brüder und Schwestern, gleiche unter Gleichen, fragte Jesus ihn sanft. Der Mann sah nicht auf. Er wagte es nicht, ihm ins Gesicht zu schauen. Er bete vor Errfurcht. Herr, flüsterte er, Rabbi, erlöse uns. Wovon sollte er ihn erlösen? Von einem schönen Sommertag? Von den Schatten der Zypressen, die die Straße vor der Hitze der Sonne schützen und in denen man so angenehm wandern konnte? Vor den Rufen der Vögel am Himmel? Was wollte dieser Mann? Warum war er unglücklich? Wovon möchtest du erlöst werden, mein Freund? Wollte Jesus wissen. Der Mann im Staub schluchzte. Sag uns, dass wir nach dem Tod bei Gott sein werden, Herr. Ich bitte dich. Jesus atmete tief durch. Ärger wallte in ihm auf. Hat Gott selbst euch nicht gesagt, macht euch die Erde untertan? Was? Er brach ab, als er über die Straße eine junge Frau auf sich zulaufen sah. Er kannte sie. Sie war Martha, die Schwester des Mannes, den zu besuchen er gekommen war. Sie lief auf ihn zu und fiel vor ihm auf die Knie, barg ihr Gesicht in seinen Händen und schluchzte. Was weinst du, Schwester? Sollte dies nicht ein Tag des Glücks sein? Jesus streichelte der weinenden Frau übers Haar. Es war das Fieber, Herr. Vor vier Tagen. Es brannte ihn aus. Ja. Sie brach ab und weinte. Jesus war traurig. Er mochte seinen Freund. Sie kannten sich seit Kindertagen. Sie hatten viel Zeit und schöne Stunden miteinander verbracht. Es schmerzte ihn, dass er tot war. Und es schmerzte ihn, dass seine Schwester trauerte. Bring mich zu seinem Grab, sagte Jesus sanft. Dort wollen wir beten. Martha lächelte, nickte und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie stand auf. Jesus umarmte sie. Es ist schön, dich zu sehen. Vor ihm lag noch immer der Mann im Staub und umklammerte zitternd vor Ehrfurcht seine Beine. Steh auf. Und lebe, sagte Jesus sanfter, als ihm zumute war. Das ist Gottes Wille. Sei lebendig. Und lebe das Leben. Es ist ein Geschenk. Aber, Herr, die Stimme des Mannes bebte vor Angst. Wir sind Sünder. Sünden? Welche Sünden hatte er begangen? Waren sie alle gekommen, weil sie gesündigt hatten und sich jetzt, wo sie bemerken, dass es Gott wirklich gab und dass er ihnen als physischen Beweis seiner Existenz seinen Sohn geschickt hatte, Erlösung und Vergebung ihrer Sünden wünschen? Weil sie Angst um ihren Platz im Paradies hatten? Ein Anflug von Ärger durchzuckte Jesus' Gemüt. Er sah die Menschenmassen am Straßenrand und den Mann im Staub vor ihm inmitten dieses wunderschönen Tages. Wie sie ihre kostbare Lebenszeit verschwendeten. Ihr Leben war wie ein Geschwätz, belanglos und sinnlos. Er verabscheute diese unterwürfige Bedürftigkeit. Der Sohn Gottes sah die trauernde Martha an, die er so sehr liebte. Und er erkannte, dass die Menschen eine Antwort verdienten. Folge mir, sagte Jesus zu dem Mann auf der Straße. Der erhob zum ersten Mal den Blick und wagte es, ihn anzusehen. Ihr alle, folgt mir, rief Jesus dem Menschen am Straßenrand zu. Er wischte Martha eine Träne aus dem Gesicht und lächelte sie an. Deine Trauer dauert mich, mein Kind. Gott hat uns die Fähigkeit zu lieben gegeben. Darum ist es nicht falsch, um einen geliebten Menschen zu trauern. Führe mich zum Grab deines Bruders. Nach einem kurzen Fußmarsch fiel nach einer Kurve das Land sanft ab. Grünbewachsene Hügel genossen einen lauen Wind und die warme Sonne. Im Tal lag ein Dorf mit weißen Häusern. Jesus liebte den Anblick jedes Mal aufs Neue, wenn er seinen alten Freund besuchen kam. Rechts neben ihnen stieg der Hügel, um dem sich die Straße schlängelte, sanft an und Grabstätten waren in den Fels gehauen. Martha zeigte auf eines davon. Ein großer Stein verdeckte den Eingang. Jesus nickte und lächelte ihr zu. Und nun geh. Bereite zwei Lager und süßen Wein. Heute Abend wollen wir es uns gemütlich machen, sagte er sanft. Martha wusste, dass alles, was Jesus sagte, einen Sinn hatte. Darum hinterfragte sie seine Anweisung nicht, sondern nickte nur und ging ins Dorf. Unter dem Grab auf der Straße und dem Hang versammelten sich die Menschen. Sie streckten ihre Hände nach ihrem Messias aus und flieten ihm bittend zu. Ein unaufhörlicher Wortschwall. Faustschläge auf die Nerven. Er konnte es nicht mehr hören. Jesus hob die Hände. Die Menge verstummte. Ihr, meine Kinder, sucht Erlösung? Wollt Vergebung für eure Sünden? Sucht Antworten auf die Frage, ob ihr nach eurem Tod ins Paradies kommt? Die Menge jubelte. Ihr sollt eine Antwort bekommen. Jesus ging zum Grab und schob mit einiger Anstrengung den Stein vor dem Eingang weg. Schwarz öffnete sich eine dunkle Höhle vor den Menschen. Jesus wusste, dass ihm die Macht gegeben wurde, Wunder zu wirken. Gott hatte ihm diese Macht gegeben, damit die Menschen wieder auf den rechten Pfad zurückgeführt werden konnten. zurück zu Gott, zurück zu seiner Schöpfung, in die er so viel Liebe gesteckt hatte und von der sich die Menschen entfernt hatten. Und er, Jesus, war gesandt worden, um das zu vollbringen. Das war seine Mission. Der Messias stellte sich vor die Höhle, breitete die Arme aus und konzentrierte sich. Er konzentrierte sich auf den Körper seines Freundes, der seit vier Tagen tot in der Höhle lag, und fühlte sich in diesen Körper hinein. Gleichzeitig konzentrierte sich Jesus auf das Reich Gottes, in dem der Tote jetzt war. Jesus verband ihn und seinen toten Körper miteinander. Lazarus, komm heraus, rief er mit einer Stimme, die durch alle Welten und Dimensionen hallte. Gott selbst musste sie gehört haben. Die Menschen, die um das Grab standen, erstarrten in Ehrfurcht und Schrecken, als ihnen gewahr wurde, dass sie gerade Zeuge eines Wunders und der Göttlichkeit Jesu wurden. Einige fielen auf die Knie. Stille breitete sich aus. Sie floss aus der Grabstätte über die versammelten und betenden Menschen. Nichts regte sich. Jesus setzte sich auf den Stein, der den Eingang verschlossen hatte, und wartete. Er wusste, dass es Zeit brauchte, bis sich das Wunder entfalten konnte. Er lächelte. Dann durchbrach ein Geräusch die Stille. Ein schweres Atmen und Stöhnen. Die Menschen vor dem Grab atmeten entsetzt ein. Und sie schrien entsetzt auf, als sie einen angsterfüllten Schrei aus dem Grab hörten und ein verwundertes Schnaufen. Jesus wusste, dass es schwer war, wenn man auf der anderen Seite war, sich wieder in seinem alten Körper und der Welt, Gottes Schöpfung, zurechtzufinden. Die Menge vor dem Grab war unruhig und verängstigt. Sie hörten Schritte. Schleifende, patschende Schritte im Grab, die auf den Ausgang zukamen. Einige der Menschen flohen entsetzt. Dann tauchte eine bleiche, ausgemergelte Gestalt im Grabeingang auf. Sie war ein Leichentücher gehüllt und atmete schwer. Die Menschen fielen entsetzt auf die Knie. Lazarus war von den Toten auferstanden. Jesus stand auf, nahm ihm sanft das Leichentuch vom Gesicht und streichelte ihn übers Haar. Lazarus sah ihn mit leeren Augen und einem ausgemergelten, aschfahlenen Gesicht an. Dann erkannte er ihn. Doch er war zu ausgetrocknet vom Fieber und den vier Tagen seines Todes. Lazarus hatte keine Tränen zum Weinen. Mein Freund, sagte Jesus sanft und reichte ihm etwas Wasser, was er gierig trank. Und dann rief der Messias so laut, dass alle es hören konnten. Berichte ihn, Lazarus! Sag ihnen, wohin der Tod dich geführt hat! Erzähl ihnen vom Paradies! Der Sohn Gottes setzte sich wieder auf den Stein. Lazarus blickte sich um und nahm erst jetzt die versammelte Menge vor dem Grab wahr. Er versuchte, sich zu erinnern. War er nicht gerade noch woanders gewesen? War er nicht? Die Erinnerungen kamen langsam, flackernd, wie Blitzlichter. Er erinnerte sich, wie er immer schwächer wurde. Das Fieber. Lazarus' Stimme klang gurgelnd, wie ein Röcheln. Er hustete schwer. Du bist gestorben, Bruder, sagte Jesus sanft. Erinnere dich. Und Lazarus erinnerte sich. Ein Engel kam, sagte er stockend. Asrael, werdet ihr ihn nennen, nickte Gottes Sohn. Er kam an mein Lager und sagte, meine Zeit wäre um, ob ich sie sinnvoll genutzt hätte. Ich wusste keine Antwort darauf. Und er sagte, Gott wird darüber entscheiden, flüsterte Lazarus. Die Menschen, die vor ihm im Staub kauerten, bedeckten entsetzt ihre Gesichter mit den Händen. Nur einige wenige wagen es, den Auferstandenen anzuschauen. Zu entsetzlich war die Erfahrung, dass ein Mensch aus dem Reich des Todes zurückgekehrt war. Was geschah dann, Lazarus? Die Menschen sind extra gekommen, damit du ihnen von Gott berichtest, sagte Jesus. Lazarus sah ihn lange an. Er erinnerte sich genau, was dann geschehen war. Ein Tunnel. Er drehte sich. Und an seinem Ende war Licht. Asrael, er sagte, ich solle hindurchgehen. Und ich ging. Hattest du Angst? Wollte Jesus wissen. Ja, antwortete Lazarus leise. Und dann lauter. Aus der Tiefe seiner Seele. Ja, ich war erfüllt von Angst. Einer tiefen, stillen Angst. Und ich ging auf das Licht zu. Das Königreich Gottes, flüsterten die Menschen. Er hat es gesehen. Lazarus hatte das gehört und wandte sich ihnen zu. Ich ging durch das Licht und fand mich wieder. In einem Land aus Licht und der Liebe Gottes, fragten die Menschen ehrfürchtig. In einer riesigen Höhle aus Fels fuhr Lazarus fort. Die Wände so hoch, dass die Höhlendecke nicht zu sehen war. Leuchtende Moose und Käfer erhellten diese seltsame Welt. Und die Steine, sie waren hart wie Granit. Nie zuvor habe ich härteren Stein gefühlt. Ich ging tagelang in diesem Zwielicht. Keine Engel waren dort. Kein Gott. Kein Lichtwesen. Keine Liebe und keine Vergebung. Nur die Höhle, der Stein und ich. Kein Gott. Die Menschen waren entsetzt. Ich wanderte lange. Ich weiß nicht wie lange. Es gab dort keine Zeit. Ich hatte Hunger, Durst und zerschundene Füße und Knie. Warst du nicht aus Licht? Wie eine Seele? Wollte eine entsetzte Frau wissen. Ich. Nein. Ich hatte einen Körper. Ich hatte Schmerzen, Arme, Beine und Haut. Ich hatte Augen und Knochen. So wie ihr, erinnerte sich Lazarus. Und nach einer Ewigkeit kam ich an den Ausgang. Und vor mir öffnete sich eine riesige und weite Welt. Große, knorrige und feste Eichen hatten ihre Wurzeln in felsigen Grund geschlagen. Allerlei Pflanzen wuchsen aus dem kargen Boden und seltsame Tiere durchstreiften die Lande. In der Ferne sah ich eine Stadt. Es war kalt. Der Himmel war bedeckt. Ich ging in Richtung der Stadt. Mücken und Bremsen stachen mich, saugten mein Blut. Mein Körper brannte und juckte. Die Stadt war von einer hohen Mauer aus massiven Granit umgeben. Und vor dem riesigen eisernen Stadttor standen riesige Nephilim mit Speeren. Sie verwerten mir den Eintritt. Wenn du aus der Welt Gottes Schöpfung kommst, geh zuerst zu ihm und lass dich richten, sagten sie. Sie wiesen mir eine Richtung und ich schleppte mich weiter. Es begann zu regnen. Alles war nass und kalt. Und überall um mich herum waren Menschen. Sie gruben Stollen in der Erde und förderten Erz. Sie bauten Granit ab mit einfachsten Mitteln. Mit Äxten fällten sie riesige Eichen, um das Metall zu verhütten. Doch die Eichen sind hart und nass und es war harte Arbeit für die Menschen. Sie schufteten hart und Schweiß rann über ihre zerschundenen Körper. Waren sie Sünder? War das die Strafe Gottes und du in der Hölle? fragten die Menschen. Oh nein! flüsterte Lazarus und hustete. Ich war genau da, wo ich sein sollte. Bei Gott, in seinem Reich. Die Menschen bauten die Stadt weiter in Gottes Auftrag, die Granitstadt, Stahlstadt und kreischend flogen riesige Vögel durch den Regen über ihre Köpfe. Wie furchtbar, flüsterte der Mann, der vor Jesus im Staub gelegen hatte. Hast du Gott gesehen? Lazarus schluckte und nickte. Überall um mich verrichteten die ausgemerkelten und erschöpften Menschen ihre Frohen in Gottes Auftrag. Und wenn sie mich vorüberziehen sahen, spuckten sie aus. Und ich ging weiter. Tagelang. Wochenlang. Durch graue Himmel und den beißenden Gestank der Verhütungsöfen. Und dann kam ich an einen unfassbaren Abgrund, ein unendlich breiter Graben und in der Ferne, Lazarus brach ab und schluchzte entsetzt. In der Ferne sah ich ein riesiges, ich sag Gott, er war entsetzlich, riesig, massiv, ein Gigant. Das größte und mächtigste Wesen, das jemals existierte. Eine titanhafte Gestalt von grau-grüner Haut und einem riesigen, massigen Körper. Da war kein Licht. Gott war der Inbegriff von Materie. Er schwenkte seine riesigen Arme und hinter ihm. Hinter ihm erhob sich eine eiserne Burg mit hohen Mauern und Türmen, groß wie die Welt selbst. Es war ein so entsetzlicher Anblick, dass ich auf die Knie fiel. Doch Gott, und ich wusste, dass er es war, Gott, so groß er auch war, er erkannte mich und richtete seinen furchterregenden, allmächtigen Blick auf mich, mit Augen groß wie Städte. Dann öffnete er den Mund und seine Stimme. Ein Geräusch, das jede Faser meines Körpers durchdrang und erzittern ließ. Er klang. Ein Geräusch, das Welten, ja die ganze Schöpfung bis ins Mark durchdringt, rüttelte und schüttelte meine Seele derart durch, dass ich in den Staub sank, die Augen schloss und mir die Ohren zuhielt. Ich schrie vor Entsetzen, während Gottes Brüllen durch mich hindurch fuhr. Seine Stimme beinhaltete alles, was jemals gesagt wurde. Jede Wahrheit über mich, jede Sünde, jeden Gedanken. Ich konnte vor ihm nichts verbergen. Und dann hörte ich Jesus und fand mich hier wieder in meinem Grab. Gott ist nicht Licht und Gnade, er ist Fleisch und Granit und sein Himmelreich ist Arbeit. Alle seine Seelen dort graben das Metall aus der Erde, um seine Welt zu bauen. Da ist keine Hölle, kein Paradies. Dort ist nur er. Das ist der Ort, an den wir gehen. Lazarus schwieg entsetzt und die Menschen um ihn weinten erschüttert. Jesus lachte. Ihr jammernden und wehklagenden Menschen, liegt vor mir im Staub und fleht um Erlösung, weil ihr glaubt, euch erwartet das Himmelreich Gottes. Seht euch um. Gott hat euch das Paradies geschaffen. Es ist eine Belohnung für eure Arbeit. Hier, wo süße Trauben an Reben wachsen und kaltes, klares Wasser aus den Tiefen der Erde sprudelt, um euch zu erfrischen. Ihr solltet dankbar sein und stolz, dass euch diese Ehre zuteil wird. Aber ihr, ihr beklagt euch und fleht und seid missgünstig miteinander. Und ihr schändet seine Schöpfung, indem ihr sie zerstört. Ihr rodet das Paradies und brennt es nieder. Anstatt euer Privileg und eure Belohnung zu genießen, massakriert ihr euch in Kriegen und Schlachten. Ihr verpestet die Luft und das Wasser. Die Tiere leben in Angst vor euch und ihr prügelt aufeinander ein, wann immer ihr die Möglichkeit dazu habt. Ihr erfindet Dinge wie Geld und Besitz und schneidet von angsterfüllten Haustieren, die euch vertrauen, und die Kehlen durch, um sie zu essen. Ihr ekelhaften und unwürdigen Wesen. Anstatt die Tage zu genießen, die Gott euch geschenkt hat, verschwendet ihr sie aus Angst vor dem, was kommen mag. Er hat euch ein Paradies gegeben. Doch ihr erweist euch als undankbar und unwürdig. Das Paradies ist diese Welt. Und ich bin gekommen, um euch daran zu erinnern. Das hier ist eure Belohnung für die harte Arbeit. Eine Auszeit, bevor ihr zurückkehrt ins Reich Gottes und zu seinem Dienst an ihm. Zu ihm, dem Riesen in seinem Schloss aus Stein und Stahl. Der Gigant, aus Knochen und Fleisch, zu dessen Ruhm und Ehre ihr als Arbeiter geschaffen worden seid. Gott ist nicht Licht und Liebe. Jesus lachte. Gott ist Stahl und Fleisch und seine Gnade an euch ist diese Welt. Die Menschen lagen wie betäubt von dieser Erkenntnis im Staub vor Lazarus Grab erfüllt von einer Erkenntnis, dass sie ihre Belohnung verschwendet haben. Der Sohn Gottes, der Sohn des Giganten, nahm den Auferstandenen sanft an der Hand und führte ihn durch die Menge der schlurzenden Menschen zum Haus seiner Schwester. Komm, du hast eine weitere Chance auf das Paradies bekommen. Lass uns den Tag genießen. Deine Schwester wird uns süßen Wein bringen. Lass uns den Tag genießen.